Ja, guten Abend und herzlich willkommen hier in der Heinrich-Böll-Stiftung. Falls jemand noch einen Stuhl sucht, hier vorne sind noch ein paar freie Plätze. Es sind heute genau 128 Tage, dass Andrés Manuel López Operador Präsident von Mexiko geworden ist. Er hat angefangen mit sehr großer Unterstützung, das heißt, er hatte ein Wahlergebnis von 53 Prozent. Das ist ein Wahlergebnis, von dem alle seine Vorgänger nur träumen können. Also ich weiß gar nicht, ob überhaupt in Mexiko jemals ein Präsident wirklich mit der Mehrheit der Stimmen gewählt wurde. Und man muss aber sagen, dass sicherlich nicht alle Stimmen jetzt so ganz, ganz deutliche Stimmen für ihn waren, sondern viele Stimmen sind auch dahergekommen, dass eigentlich aus Mangel an Alternativen, weil nämlich die Vorgängerregierungen, insbesondere die aus den beiden großen Parteien abwechselnd der PAN bzw. der PRD gebildet wurden, doch ziemlich viel für große Teile der Bevölkerung viel Leid mit sich gebracht haben. Sowohl was das Thema Sicherheit und Menschenrechte anbelangt, auf der einen Seite, als auch was ökonomische Fragen, was die ökonomische Situation angeht. Und damit war AMLO, wie der Präsident eben auch gedacht wird, eigentlich auch ein bisschen die große Hoffnung, die einzige Alternative, die es gab. Und entsprechend ist seine Regierungszeit, seine Präsidentschaft jetzt auch mit vielen, vielen Erwartungen befrachtet. Das ist ja auch eine große Hypothek, muss man sagen. Wir wollen jetzt nach drei Monaten Regierung das zum Anlass nehmen, um eine erste Bilanz zu ziehen, einen ersten Blick darauf zu werfen, wo geht es denn möglicherweise mit Mexiko hin in den nächsten Jahren. Wir werden uns dabei auf das Thema Menschenrechte beschränken hier heute Abend. Also wir können leider nicht das ganze Fass aufmachen, nicht alle Themen. Es gäbe auch umweltpolitisch und bildungspolitisch und frauenpolitisch noch viele spannende Themen, aber wie gesagt, wir haben uns dazu entschieden oder diese Tagung steht unter dem Menschenrechtsfokus und deswegen werden wir uns auf das Thema Menschenrechte konzentrieren. Wir haben dazu sechs Gäste aus Mexiko eingeladen. Wie gesagt, der letzte der sechs Gäste ist noch auf dem Weg vom Flughafen hierhin. Der kommt, oh, ah, da ist er gerade angekommen, umso besser. Kann ich ja wieder ein bisschen schneller sprechen damit. Also gut, wir haben dazu sechs Gäste aus Mexiko eingeladen, die ich an der Stelle erstmal ganz, ganz herzlich begrüßen möchte. Vielleicht können wir Ihnen einfach mal einen Applaus geben. Wir werden die Gäste aber im Laufe der Tagung jeweils vorstellen, wenn Sie selber auf dem Podium sitzen. Das möchte ich nicht jetzt machen. Diese Tagung hier ist ein Gemeinschaftsprojekt, ein Kooperationsprojekt der Deutschen Menschenrechtskoordination Mexiko von Reporter ohne Grenzen und der Heinrich-Böll-Stiftung. Und in der Menschenrechtskoordination haben sich 15 kleine und große Organisationen zusammengeschlossen und da mehr oder weniger alle Organisationen aktiv auch bei der Vorbereitung und Durchführung dieser Veranstaltung mitgewirkt haben, möchte ich einmal die Organisationen nennen, die da auch drin sind und die sozusagen auch diese Tagung mit gestaltet haben. Das ist nämlich Amnesty International, Brot für die Welt, CAREA, Initiative Mexiko, Mexiko-Initiative Köln-Bonn, Mexico via Berlin, Miserior, die Missionszentrale der Franziskaner, das Ökumenische Büro für Frieden und Gerechtigkeit in München, Pacta Servanda, Pax Christi, Peace Brigades International und Promovio. Ich will mich schon mal jetzt an dieser Stelle für die sehr, sehr gute Zusammenarbeit bedanken, in der wir diese Tagung vorbereitet haben. Und diese Zusammenarbeit hat ja zumindest, was die Stiftung und die Menschenrechtskoordination anbetrifft, schon eine lange Tradition. Das heißt, vor zehn Jahren etwa haben wir die erste gemeinsame Mexiko-Menschenrechtskonferenz durchgeführt. Ich glaube sogar in diesem Hause, weiß ich jetzt nicht ganz genau. Und diese Tagung heute ist die vierte. Das heißt, alle zwei bis drei Jahre nehmen wir uns das zum Thema und machen eine entsprechende Koordination. Und ich habe es schon gesagt, es haben sehr, sehr viele Haupt- und ehrenamtliche Mitarbeiter, Mitarbeiterinnen an der Vorbereitung und Durchführung mitgewirkt. Und ich möchte stellvertretend deshalb zwei Personen besonders erwähnen, nämlich Carola Hausotter und Evelyn Hartig, die die vielen, vielen Fäden, die so eine große Kooperation mit sich bringt, eigentlich immer in der Hand gehalten haben und dafür, vor allen Dingen dafür gesorgt haben, dass die nicht durcheinander geraten. Ich sehe die beiden Kolleginnen jetzt nicht, aber ist egal, Sie werden die bestimmt noch kennenlernen. Ach, da hinten. Hinten sitzt Evelyn und Carola. Ist es auch da? Ah, sitzt da. Gut. Die Tagung findet auf Deutsch und Spanisch statt. Es gibt Simultanübersetzungen und wer das noch nicht getan hat und benötigt, sollte sich noch da vorne mit Kopfhörern versorgen. Dazu auch an dieser Stelle schon mal ein Dankeschön an unser Übersetzungsteam. Die Eröffnungsveranstaltung heute Abend wird per Livestream übertragen und Sie können die später, also ab morgen oder übermorgen, weiß ich nicht genau, können Sie dann auch noch mal im Internet anschauen oder Leuten empfehlen, die vielleicht hier nicht hinkommen konnten, aber die das auch interessiert. Vor allen Dingen aber geht dieser Livestream, der ist zweisprachig, also auch auf Spanisch und der wird auch nach Mexiko übertragen. Und das nutze ich jetzt, um mal unsere Freundinnen und Freunde in Mexiko zu grüßen, die uns jetzt heute per Facebook oder wie auch immer mit welchen Social Media hier auch zuschauen. Gut, genug der Vorrede. Ich will jetzt kurz das Podium vorstellen und zwar anfangen möchte ich mit Lucia Lagunes, die sitzt da in der Mitte. Lucia ist Journalistin und hat sich dabei auf dem Bereich Journalismus mit einer Genderperspektive spezialisiert. Lucia ist auch Langjährige mit ihrer Organisation CIMAC, das ist eine feministische Nachrichtenagentur, die sie koordiniert, ist langjährige Partnerin der Böll Stiftung und Lucia ist auch Direktorin von CIMAC Noticias. Lucia ist außerdem Mitglied verschiedener Organisationen zum Schutz von Menschenrechtsverteidigerinnen und auch von Journalistinnen und das ist auch ein Thema, was sie jetzt auf dieser Tagung hier entsprechend vertiefen wird. Hier vorne sitzt Isela González-Diaz, sie leitet die Organisation Allianza Sierra Madre, ASMAC, die sich seit den 90er Jahren für die Rechte der indigenen Bevölkerung und für die Erhaltung der Biodiversität im mexikanischen Bundestag Chihuahua einsetzt. Wie gesagt, ASMAC arbeitet mit verschiedenen indigenen Gemeinden in Chihuahua zusammen und die Anliegen der Gemeinden sind insbesondere die Verteidigung ihres Landes und ihres Territoriums sowie der Schutz der Umwelt und des Kulturerbes. Herzlich willkommen. Dann ist mit hängender Zunge hier Santiago Aguirre noch angekommen, frisch aus Mexiko, aus dem Flugzeug. Santiago ist Menschenrechtsanwalt und Vizedirektor des Menschenrechtszentrums Centro de Derechos Humanos Miguel Augustin Pro Juárez, kurz Centro Pro, man muss sich nicht den langen Namen merken. Und er wird auch zum 1. Mai dann die Direktion dieser Menschenrechtsorganisation übernehmen. International bekannt geworden ist das Centro Pro unter anderem durch die bekannt gewordenen Fälle von Menschenrechtsverletzungen in Mexiko wie Atenco oder auch Ayotzinapa. Und Last but not least, ein Dank an Maya Liebig hier zu meiner Linken. Maya ist hauptamtliche Mitarbeiterin von Amnesty International hier in Berlin und ist für die Region zuständig. So, die Moderation des heutigen Abends, der, an denen ich gleich das Mikrofon abgeben werde, ist Andreas Baum. Andreas ist Autor und Redakteur beim Deutschlandradio Kultur, hat selber früher mal länger in Mexiko gelebt, hat für uns auch schon zu Mexiko eine Veranstaltung organisiert. Das wäre auch schön, sagen wir mal moderiert und dem gebe ich jetzt das Wort. Vielen Dank. Ja, guten Abend, meine Damen und Herren. Ich freue mich, dass Sie alle da sind. Herzlich willkommen. Vielen Dank, Ingrid Spiller, für die Einführung. Sie haben es schon gesagt, wir haben vor einigen Monaten schon mal so eine ähnliche Veranstaltung hier gemacht mit dem tollen mexikanischen Autor Antonio Ortugno. Da ging es auch darum, was erwarten wir eigentlich vom neuen mexikanischen Präsidenten? Wo hat er schon enttäuscht? Und das Interessante daran, und das finde ich so typisch für diesen Fall, das war vor seiner Amtseinweihung, das war vor dem 1. Dezember, diese Veranstaltung. Das war also eine Situation, wo er gewählt war, aber noch nicht im Amt. Und wir schon darüber diskutiert haben, ja, wo hat der Mann eigentlich enttäuscht? Gut 120 Tage ist er jetzt im Amt. Man fragt sich natürlich, was kann man da leisten? Ist es überhaupt fair, jemanden nach so einer kurzen Zeit schon beurteilen, das zu beurteilen? Das jedenfalls ist López Obrador gewohnt, beurteilt zu werden. Die Ansprüche an ihn, glaube ich, da waren wir uns damals auch einig, können gar nicht höher sein. Es gibt kaum ein Problem, das er nicht lösen soll. Er soll den Drogenkrieg beenden, er soll die Armut verbessern, für Bildung sorgen, alles das ohne Steuern zu erhöhen, viele, viele Sachen mehr. Wenn Sie sich auch angucken, auch bei uns in unseren Medien, wie über ihn berichtet wird, er hat immer noch so eine Aura, also der bescheidene, fast Heilige, der mit diesem kleinen Volkswagen durch die Gegend fährt, der gar nicht in den Präsidentenpalast einziehen will, alles viel, viel praktischer und pragmatischer machen will. Und dazu passt ein Thema, mit dem ich jetzt gerne reinspringen möchte, in unsere Gedanken über den neuen Präsidenten, das Sie vielleicht alle auch hier gelesen haben. Also es ist ihm gelungen, da ein Thema anzusprechen, was in Europa auch gerade diskutiert wird. Und zwar hat er Spanien aufgefordert, sich zu entschuldigen für die Kolonialzeit in Mexiko, die ja auch schon über 200 Jahre vorbei ist, wenn ich richtig rechne. Und hat sich das, das war also sehr medienwirksam vor einem Maya-Tempel mit seiner Frau, hat er diese Forderung aufgestellt, ohne genau zu sagen, wie das aussehen soll und was daraus folgen soll. Da würde mich natürlich am meisten interessieren, wie das, wie so eine mögliche Entschuldigung diejenigen diskutieren, die es vielleicht besonders betrifft. Natürlich sind alle Mexikaner stammen irgendwie von Indieners ab, das wissen wir. Besonders aber diejenigen, die heute noch in diesen Gemeinschaften leben. Isela González, hier rechts neben mir, links von Ihnen ausgesehen, Direktorin der Allianzas Sierra Madre. Ist das denn, wie ist das denn aufgefasst worden, dieser, sagen wir mal, dieser Vorschlag von AMLO? Guten Abend. Das war eine Frage, die schwerste aller Fragen. Ich könnte lachen, ich könnte aufgeregt werden. Diese Forderung von Präsidenten der Mexikanischen Republik hat die Meinung polarisiert, der Bevölkerung. Einige sind beleidigt, weil sie Wurzeln, weil sie spanische Wurzeln haben. Viele von uns haben diese spanischen mit dieser Wurzel. Einige sagen, ja, es gibt Gründe, es gibt doch Gründe dafür. Sie sollten sich entschuldigen, sie sollten Unverzeihung bitten für die Verbrechen, die vor 500 Jahren oder im Norden vor 300 Jahren geschehen sind. Nichtsdestotrotz glaube ich, dass der Präsident hätte mehr politisches Bedenken haben sollen. Er ist sehr gerne in der Polarisierung, er steht gerne im Mittelpunkt. Persönlich ist meine Meinung, dass das größte Genozid, das passiert ist in Lateinamerika, war die Eröberung durch die Spanier. Wir haben die historischen Daten. Viele Völker wurden ausgerottet. Es ist nicht der erste Staat, der sich entschuldigt. Es wäre nicht der erste Staat, der diese Forderung einreicht. Ich möchte dazu sagen, dass der Präsident der Republik diese Entschuldigung gefordert hat, aber gleichzeitig sollte er arbeiten im Sinne gegen den inneren Kolonialismus. Das existierte in Mexiko, ein Kolonialismus der Mexikaner gegenüber der indigenen Bevölkerung, auch durch ausländische Kapital, aber auch durch das mexikanische Kapital. Santiago Aguirre, was hier so ein bisschen durchkommt, ist, dass die Kritik schon auch groß ist an AMLO. Für solche Aktionen sehen Sie, würden Sie das auch so sehen, dass es da eine Tendenz gibt, gute Pressekonferenzen zu geben, solche Statements, Forderungen vor schönen Hintergründen und der eigentliche Plan doch fehlt. Wie sehen Sie das als Menschenrechtsanwalt? Guten Abend. Guten Abend auch an meine Kollegen. Diese Frage hat viel zu tun mit der Kommunikation des Präsidenten. Aber ich möchte ein bisschen zurückgehen. Ich möchte ein bisschen den Rahmen anbieten, worüber, was in Mexiko passiert ist. Im 20. Jahrhundert befand sich Mexiko unter einer autoritären Regierung. Die gleiche Partei hat alle Wahlen gewonnen 70 Jahre lang. Im Jahre 2000 wurde zum ersten Mal eine neue Partei, die die Präsidentschaft übernommen hat. Aber der gewünschte Wandel ist nicht gekommen. Seit 2006 ist die Gewalt gestiegen. Die Gewalt ist größer geworden, weil man die Armee eingesetzt hat gegen den Drogenhandel. Aber der Drogenhandel passiert in Mexiko innerhalb des Staates. Es ist keine deutliche Trennung zwischen Drogenhandel und staatlichen Behörden. Das ist die Situation in Mexiko. Deswegen ist der aktuelle Präsident jemand, der sein Amt eingetreten hat. Er wollte Hoffnung anregen für viele Mexikaner und er hat 53 Prozent der Stimmen bekommen. Etwas, was in meiner Generation nicht bekannt war. Seine Popularität ist ungefähr 75 Prozent heutzutage. Er hat starke Unterstützung durch die Bevölkerung. Trotzdem sind die Ergebnisse nicht so gut, nicht eindeutig gut. Einige Schritte sind in die richtige Richtung gegangen, andere aber in die falsche Richtung. Zum Beispiel was das Thema Sicherheit betrifft. Man hat entschieden die Armee einzusetzen. Man hat die Nationalgarde gebildet. Und in diesem Kontext sehen wir das Kommunikationsmodell das mit dieser Frage in Zusammenhang steht. Jeden Morgen sollte der Präsident seine Agenda präsentieren. Er ist immer sicher in Pressekonferenzen für die Medien. Das hat eine gute Seite, aber auch eine schlechte. Wir könnten nicht zu kategorisch sein. Zum Teil ist es positiv, weil in den letzten sechs Jahren war der Präsident nicht zugänglich. Man hat sie kontrolliert nur ihn zu sehen bekommen. Aber die negative Seite wäre, dass die Stimme des Präsidenten viel zu viel Raum übernimmt in der öffentlichen Meinung und in den Medien und im Fernsehen und Radio. Das ist ein Beispiel. Wir haben in Mexiko eine Situation mit Hoffnung, Hoffnung auf Wandel, aber auch eine Regierung, die in sehr kurzer Zeit, das sind nur 120 Tage, das sollten wir nicht vergessen, in dieser Zeit hat die Regierung Tiefen und Höhen gezeigt. Einige Schritte waren richtig, andere waren falsch. Was wird das Endergebnis sein? Ich bin sicher, dass meine Kolleginnen sind der Meinung, dass es darauf ankommt, wie wir uns positionieren. Punkt, den Sie angesprochen haben, diesen Plan an der Nationalgarde zu gründen, um den Drogenkrieg zu entscheiden, das wirkt erstmal für Beobachter skurril, denn man muss wissen, dass in Mexiko schon gar nicht mehr, wie Sie gesagt haben, zu unterscheiden ist eigentlich in jedem Fall zwischen offiziellen Truppen und Drogenhändlern und Mischformen. Ist das für Sie, wenn Sie sagen, es gibt da enttäuschende Punkte und es gibt sehr hoffungsvolle Punkte noch, wie bewerten Sie diesen Vorschlag? Zweifelsohne war das eine Enttäuschung. In der Kampagne des Präsidenten hatte man darauf bestanden, dass er das sich als Modell überdenken wollte, aber eine Militärpolizei zu kreieren und in Zusammenhang mit der Armee, das ist keine gute Idee und jetzt gibt es Gesetze und dadurch kann diese Streitkräfte haben Spielraum zum Beispiel in der Sicherheit von Flughäfen, in der Sicherheit von Erdöl, das ist nicht gesund für eine Demokratie, das ist nicht transparent und das ist die schlechteste Nachricht, was die Menschenrechtssituation anbelangt. Andere parallelen Nachrichten sind positiv. Es gab Anerkennung von Verantwortung von Tätern, es gab einen Kompromiss und einige Fälle aufzuklären wie der Fall Adiosinapa, aber es gibt Höhren und Tiefen. Direktorin einer feministischen Presseagentur mal pauschal gesprochen, Mexiko ist immer noch eins der gefährlichsten Länder für Journalisten und Journalistinnen. Hat sich da schon was geändert nach 120 Tagen? Oder sehen Sie Licht am Tunnel, wie bewerten Sie das heute? Situation für Journalisten? Gut, da gehe ich durchaus überein mit Santiago, zu sagen, dass 120 Tage natürlich noch nicht ausreichen, um sich jetzt ein wirkliches Bild zu machen, wie die derzeitige Regierung vorgehen wird. Ich finde es durchaus besorgniserregend, dass es eine gewisse Tendenz gibt, die sich abzeichnet beim neuen Präsidenten, mit dieser neuen Kommunikation, diese morgendlichen Pressekonferenzen, die bereits angesprochen wurden, da gibt es eine Stigmatisierung und auch eine gewisse Strafbelastung der Journalisten, die auch als gehockt bezeichnet werden. Und in einem Land wie Mexiko, wie du schon darauf hingewiesen hast, in dem das Journalistentum tatsächlich risikobehaftet ist und das tatsächlich auch vom Präsidentenamt so strafbelastet ausgedrückt wird, dann haben wir natürlich keine leichte Situation und es gibt ein neues Phänomen, ganz besonders mit den weiblichen Journalisten, die auch bei diesen Pressekonferenzen dabei waren und da ging es zum Beispiel um eine Entschuldigung gegenüber den Opfern, vielleicht auch bei den Maßnahmen, die ergriffen wurden, indem bestimmte Finanzmittel entzogen wurden für Frauenhäuser zum Beispiel und diese Fragen, die ihm gestellt wurden und dieses neue Phänomen ist ja eine gewisse Kampagne, die über die sozialen Netzwerke sich sehr gewalttätiger Sprache bedient, um diesen Frauen ihre Legitimität zu entziehen in der Öffentlichkeit und ihnen quasi ihre Aufgabe als Journalisten abzusprechen und ihre Professionalität abzusprechen und das sorgt sicherlich auch dafür, dass eine gewisse Stigmatisierung in der Bevölkerung zu spüren ist bezüglich der Aufgabe, die wir als Journalisten ausführen und auch der Menschenrechtsaktivisten und also das sind sicherlich einige der Fehler, die die Regierung derzeit vornimmt, dass die Journalisten eben stigmatisiert werden und strafreitlich belangt werden und das ist natürlich nicht gesund für eine Demokratie und auch für ein Land, deren Gewaltraten so hoch liegt wie das von Mexiko. Da höre ich ja doch eine ganz massive Kritik raus. Vielleicht können wir das noch ein bisschen vertiefen für diejenigen, die nicht ganz so drinstecken im Thema. Wie ist das? Was gibt es da für Beispiele? Also der Präsident macht diese täglichen Pressekonferenzen und da gibt es offenbar für Sie sehr enttäuschende Passagen oder Teile Ihrer Arbeit, die überhaupt nicht anerkannt werden oder noch weniger als das. Haben Sie da noch konkrete Beispiele, was Sie Mechanismen, die für Menschenrechtsverteidiger eingesetzt werden. Das sind Programme, die im Jahr 2012 eingesetzt wurden, die natürlich aufgrund der internationalen Organisationen eingerichtet wurden. Der Sekretär der Menschenrechte sprach schon von einer Reform in diesem Schutzmechanismen, der gemäß den offiziellen Zahlen jetzt 781 Personen unter ihrem Schutz hat. Und ich denke, es ist wichtig, vielleicht die Logik anders aufzurollen, wie dieser Schutzmechanismus funktioniert. Das bedeutet, dass man nicht nur einen Einzelschutz anbietet, sondern vielleicht insgesamt die Einhaltung der Menschenrechte einfordert, also die Meinungsfreiheit und die Freiheit, Menschenrechte zu verteidigen. Und ich denke, dort liegen die Herausforderungen begraben, die wir eben noch weiter angehen müssen. Und gerne aufgreifen, den Sie noch mal erwähnt haben, die Bedrohungslage für Menschen, die sich für Menschenrechte einsetzen. Da sind wir wieder bei Isela González. Ich habe Sie vorhin gebeten, Sie gehören sicher zu denen hier auf dem Podium, deren Arbeit am gefährlichsten ist. Ich sage das richtig. Vielleicht können Sie ein bisschen über Ihre persönliche Situation erzählen. in welcher Bedrohungslage Sie sind in Ihrer Arbeit in Chihuahua und welche Sicherheitsmaßnahmen da unerlässlich sind. erst mal. Das ist recht schwierig auf diese Frage zu antworten, zumindest das recht ausschweifend zu tun, denn ich möchte gar nicht so sehr die Aufmerksamkeit auf mich als Person ziehen und die übrigen Aktivisten in den Schatten stellen, die auch in ihren Territorien aktiv sind. Trotzdem denke ich, könnte man sicherlich sagen, dass wir in Mexiko als Menschenrechts Aktivisten tatsächlich ja, also die Aktivisten, die der höchsten Gefahr ausgesetzt sind, sind die Menschenrechts Verteidiger, die sich der Landverteidigung angenommen haben, der Territorien und dort haben wir die Gemeinden, die da großen Widerstand leisten, dass ihnen ihre eigenen Ländereien entzogen werden und die Bedrohung, die der ich zum Beispiel ausgesetzt bin, also die letzten Drohgebärden wurden dort vor einigen Jahren ausgeführt, vor vier oder fünf Jahren, da wurde ich direkt und auch indirekt bedroht und die stärkste Bedrohung war, dass ich gebeten wurde, das Land zu verlassen, also die Gebiete der indigenen Bevölkerung, die ich unterstützt habe, man wollte also nicht, dass ich dort meine Unterstützung anbiete und wenn ich meine Arbeit weiter ausführen würde, dann würde man die Auftragsmörder nach mir senden, das sagte man so eindeutig und das sind Auftragsmörder, die für 1000 bis 2000 mexikanische Pesos kein Problem haben, die Waffe in die Hand zu nehmen und ich bin 22 Jahre lang viel in die verschiedenen Gebiete der indigenen Bevölkerung gefahren, habe in dieser Zeit sehr viel gelernt, aber auch sehr viel die Wirtschaftsgüter zu schätzen gelernt und auch die Bedeutung des Wassers, des Waldes, der verschiedenen Ressourcen und all das ist mir eben widerfahren, indem ich dort mit dieser indigenen Bevölkerung zusammengelebt habe und für mich war es dann ganz schwierig, diesem Prozess entgegenzusehen und mich diesem Schutzmechanismus zu unterstellen und dann mit Organisationen zu sprechen, die die notwendigen Werkzeuge und Mittel hatten, um mich eben zu verteidigen, also wie zum Beispiel bestimmte Fachanwälte für internationales Recht, die mir dann den notwendigen Schutz anbieten konnten, wir haben dann also einen Prozess psychosoziale Eindämmung, weil darauf waren wir aufgehoben, ich habe dann einen sehr ausgebreiteten Überlegungsprozess mit meinen eigenen Kindern angestellt, um darüber nachzudenken, wie weit man gehen könne und innerhalb einer Woche wusste ich tatsächlich, dass es für mich diese Begrenzung nicht geben würde und dass ich weiterhin in diesen Ländereien präsent sein wolle und dass ich diese Menschen nicht aufgeben wolle. Das sind Bevölkerungsgruppen, die wirklich sehr isoliert leben, zum Teil 15 Stunden entfernt von der nächsten Zivilisation, ohne wirklich da entsprechend angebunden zu sein und nach einigen Monaten bis zu einem Jahr habe ich dann tatsächlich mich dafür entschieden, diesen Schutzmechanismus wirklich zu nutzen, dass ich tatsächlich dann mit Polizeibegleitung in die Kommunikation gefahren bin. Diesen Schutz durch die Polizei, haben Sie den heute immer noch? Also wenn Sie zurückfliegen nach Chihuahua, müssen Sie immer noch beschützt werden? Ist das die aktuelle Situation immer noch? In der Stadt von Chihuahua gibt es tatsächlich keine anderen Schutzmechanismen. Da gibt es diese internationalen Friedensbrigaden, aber was die indigene Bevölkerung betrifft, wenn wir dort in die Arbeit gehen, dort können wir nicht ohne Polizeibegleitung gehen. Das heißt, wir müssen das weiterhin annehmen, denn es gab Möglichkeiten, in denen man sagte, es gibt nicht genügend Mittel, aber wir versuchen trotzdem monatlich zumindest einmal vorbeizuschauen und wir haben uns tatsächlich auch daran gewöhnt, dass die Situation so ist, dass wir die Polizeikräfte immer bei uns haben, dass wir mit bewaffneten Polizeikräften unterwegs sind. Diese Waffen sind vielleicht nicht so potent wie die Waffen derjenigen, die versuchen, der Bevölkerung die Ländereien strittig zu machen, aber die Polizeikräfte müssen uns beschützen und das tun sie auch. Und das hat natürlich eine Weile gedauert, bis dann auch aufgrund der lokalen Regierungswechsel, des lokalen Regierungswechsels, bis dies alles eingesetzt war. Das war vor zwei Jahren. Und jetzt haben wir die Möglichkeit, auch mit der Polizei zu sprechen und ihnen zu vermitteln, dass wir diese Arbeit ausüben, dass diese Arbeit wichtig ist. Und ich glaube, sie wurden auch entsprechend sensibilisiert. Sie haben auch dieses Stigma, das der indigenen Bevölkerung aufgedrückt wurde, mit übernommen. Und das sind natürlich Ergebnisse des Rassismus, des Unwissens auch und der unterschiedlichen kulturellen Werte, die wir haben. Und deswegen können wir nur hoffen, dass wir, wenn wir diesen Kampf gewinnen, und da bin ich überzeugt, dass wir gemeinsam mit der internationalen Gemeinschaft diesen Kampf gewinnen, dass wir diese Territorien wieder neu besiedeln werden und darüber lachen können, was passiert ist und als Menschen anerkannt werden in diesen Gebieten. Ich möchte da direkt nochmal anknüpfen, also ich höre da diesen Dreiklang heraus, den Ihre Organisation zum Klingen bringt, Menschenrechte für den Dichenass, aber auch die Pflege ihrer Gemeinschaften und der Schutz von Biosphären, von Naturräumen, von Territorium. Und wie ist da jetzt genau die Situation? Also um welche Territorien, Räume geht es da, die bedroht werden, durch welche Projekte und dann vor allem, was erwarten Sie von der neuen Regierung, von dem neuen Präsidenten, was kann er ändern? Wir sprechen über eine Region in der Sierra Daumada, in der die Naturgüter noch gut bewahrt sind, wenn man sich jetzt vielleicht andere Gebiete der Sierra Daumada anschaut, wo schon sehr viel Entwaldung stattgefunden hat, wo die Ressourcen schon sehr stark geschwächt wurden, die Flora und Fauna schon teilweise verschwunden ist. Wir sprechen über Tualuquipalgo, das ist eine Gemeinde und dort haben wir zum Glück noch die Wälder der indigenen Bevölkerung, denn der Wald ist dort eben nicht zum Verkauf. Der Wald ist eine wichtige Ressource, der als Lebensgrundlage dient und dort hatte man tatsächlich die Möglichkeit, auch viele der Wasserbecken als solche aufrecht zu erhalten und die Bedrohung haben wir natürlich. Wir haben einerseits die Bedrohung durch die Abbauprojekte, also die extraktivistische Rohstoffenergie, die natürlich einen großen gewerblichen Hintergrund haben, ganz besonders sind die Bienenwälder und dann haben wir natürlich auch eine organisierte Kriminalität, also Banden, die auch versuchen, diese Territorien zu entvölkern, die sind ganz besonders in den höheren Gebirgszügen angesiedelt und da gibt es natürlich großen Streit um Gebiete, die auch für den Anbau von Substanzen verwendet werden können, wie zum Beispiel Mohn, wie Cannabis und darüber entsteht natürlich auch ein Streit und der Terror hört aber nicht mit der organisierten Kriminalität auf, als Calderon im Jahr 2007 den Drogen den Kampf angesagt hat, haben wir tatsächlich mitbekommen, dass es ja viel stärkere Bedrohungen gab, die gegen die indigenere Bevölkerung gingen und das ist tatsächlich der Bergbau. Es werden Lizenzen für den Bergbau vergeben für ein Gebiet von 49 Hektar in einem Gebiet mit tausend Bewohnern, die quasi ihr Leben geben mussten, die in den letzten Jahren, da sind mindestens zehn dieser Menschenrechtsaktivisten ums Leben gekommen, die sich gegen diese Projekte gestellt haben. Und die Bedrohung des Bergbaus ist nach wie vor da. Und die Erwartung ist einfach, dass diese neue Regierung, die nun an der Macht ist, mit ihrer Verpflichtung nachkommt und den Aktivisten Schutz gebetet, dass die entsprechenden Schutzmechanismen angeboten werden, die auch von der Interamerikanischen Kommission für Menschenrechte angeordnet wurde. und das Grundlegende, das ist was wir möchten, dass eben diesen Verpflichtungen und den Empfehlungen nachgekommen wird, der Sprecherin für die indigene Bevölkerung während ihres letzten Besuches in Mexiko, dass die Rechte der indigenen Bevölkerung zu wahren wäre, das ist die vorherige freiwillige Zustimmung der Bevölkerung, die eingeholt werden muss, jedes Mal dann, wenn ein Projekt in ihren Ländereien angestoßen wird, das einen Einfluss auf ihre Lebensbedingungen hat. Das sind internationale Standards, die angewendet werden müssen und sie sagt, dass AMLO falsch liegt, wenn er versucht, dort eine Völkerbefragung in diesen Gebieten anwendet, denn das ist nicht das richtige Instrument. Das entsprechende Instrument wäre die freiwillige vorherige Zustimmung. Dies wird im Artikel 1, also im Abkommen 169 der ILO festgehalten und die Sprecherin, Michael Frost ist die Sprecherin angesprochen. Die internationalen Standards und den Status und das Standing, was Menschenrechte haben oder haben sollten, ist auch ein Thema, denke ich, für die deutsch-mexikanische politische Zusammenarbeit. Maya Liebing, Sie haben jetzt die etwas undankbare Aufgabe in dieser Runde, für die deutsche Seite zu sprechen, obwohl Sie wie die politischen Dinge sind zwischen Mexiko und Deutschland, wie die Menschenrechtslage ist, wie sehen Sie das, diese Umweltprojekte, von denen Isella eben gesprochen hat, das wird ja von Deutschland aus schon lange gefördert und was glaube ich neu ist, wo die deutsche Regierung sich engagiert sind, rechtsstaatliche Projekte, wie beobachten Sie das, hat es da, wann hat es da so einen Umschwung im Denken gegeben, gab es da irgendeinen Moment, wo man sich seine Meinung über Mexiko geändert hat. Ja, also ich würde schon sagen, dass es da in den letzten Jahren deutliche Veränderungen gegeben hat in der deutschen Politik gegenüber Mexikos, dass es da ein Umdenken gegeben hat in Bezug auf die Menschenrechtslage im Land, da kann man ganz klar sagen, dass dieser Fall Ayotzinapa, also das Verschwinden lassen von 43 Lehramtsstudenten im Jahr 2014 wirklich ein Punkt war, wo sich vieles verändert hat in den deutsch-mexikanischen Beziehungen. Ich glaube, gar nicht so sehr, weil sich die Menschenrechtslage in dem Moment verschlechtert hat, das kann man gar nicht sagen. Es war natürlich ein sehr, sehr krasser Fall, aber bei weitem kein Einzelfall. Ich glaube, die offiziellen Zahlen der Regierung in dem Jahr haben von 26.000 Verschwundenen gesprochen. Das heißt, es war kein Einzelfall, aber es war ein sehr, sehr emblematischer Fall. 43 junge Leute, die da erwiesenermaßen auch mit polizeilicher Beteiligung verschwinden gelassen wurden und bis heute nicht wieder aufgetaucht sind, haben, glaube ich, auch der deutschen Regierung klargemacht, dass die Menschenrechtslage in Mexiko wirklich dramatisch ist. Sicherlich war es auch das große öffentliche Interesse an dem Fall, dass man sich dieser Wahrheit nicht länger verschließen konnte. Bis dahin ist man immer der Lesart der mexikanischen Regierung gefolgt, dass es natürlich in Mexiko Probleme gibt, auch mit der Sicherheit, aber dass es letztendlich auf die organisierte Kriminalität zurückzuführen ist, dass es schwierig ist, das in Griff zu kriegen, aber dass es wirklich eine Menschenrechtskrise ist, wo es auch eine ganz direkte staatliche Mitverantwortung gibt, das ist glaube ich in dem Moment einfach nicht mehr möglich, das auch wirklich in Frage zu stellen. Sie haben es gesagt, bis dahin war es eigentlich so, dass es keine klassische Entwicklungszusammenarbeit mit Mexiko mehr gab, es gab Projekte im Bereich Umweltschutz, erneuerbare Energien oder auch duale Ausbildung und was seitdem, seit Ayotzinapa wirklich neu ist, dass insbesondere das Auswärtige Amt, aber jetzt in letzter Zeit verstärkt auch das BMZ Projekte im Bereich Unterstützung der Rechtsstaatlichkeit aufsetzen, was ja sicherlich in Mexiko auch sehr sinnvoll ist. Was beobachten Sie da, können Sie das konkret sagen, was für Projekte das sind, um das zu verstehen, um zu verstehen, wie man Rechtsstaatlichkeit stärken kann in so einem Land? Ja, also es ist natürlich letztendlich auch die Verantwortung der mexikanischen Regierung für Rechtsstaatlichkeit zu sorgen. Deutschland kann da vielleicht einen gewissen Beitrag zu leisten. Es gibt zum Beispiel seit einigen Jahren ein Projekt im Bereich Forensik. Wir haben ja das Problem in Mexiko, dass es unglaublich hohe Zahlen von Verschwundenen gibt. Vielleicht haben das auch einige in der Presse verfolgt, dass es immer mal wieder Schlagzeilen gibt, dass in Mexiko neues Massengrab gefunden wurde. Das Problem ist oft, dass man die Menschen gar nicht identifizieren kann. Das heißt, die Angehörigen erfahren im Zweifelsfall nie, was mit ihren Angehörigen passiert ist, was natürlich das Verbrechen des Verschwinden lassen auch so grausam macht. Und es gibt jetzt eben dieses Projekt, um forensische Fähigkeiten in Mexiko zu stärken. Das heißt, dass diese Leichen auch identifiziert werden können. Oder es gibt ein anderes Projekt. Mexiko hat kürzlich ein neues Gesetz gegen Folter verabschiedet, was wirklich in ganz Mexiko bestimmte Standards zur Verhinderung von Folterfällen festschreiben soll, was jetzt aber auch in die Praxis umgesetzt werden muss. Und da gibt es ein Projekt, was dieses Anliegen unterstützt. Also Ayotzinapa war eine Wende und die Wahl von López Obrador war vielleicht die zweite Wende. Ich weiß, es schwer ist zu sagen, aber beobachten Sie da jetzt schon eine Veränderung des Stils, des Umgangs der Regierungen miteinander. Haben Sie den Eindruck, dass es jetzt einfacher ist, mit den Mexikanern über so etwas zu verhandeln wie Menschenrechte? Also ich denke, es ist wahrscheinlich noch zu früh, um das wirklich mit Sicherheit zu sagen. Ich weiß, dass da auch Verhandlungen jetzt zum Beispiel über die Fortführung oder vielleicht auch Intensivierung der genannten Projekte erst noch anstehen. Ich glaube schon, dass es auch die Hoffnung von Seiten der deutschen Bundesregierung gibt, dass vielleicht einiges einfacher wird, dass es da jetzt eine Offenheit gibt, auch in bestimmten Bereichen wirklich Verbesserungen zu erreichen. Lopez Operador hat ja auch schon erkennen lassen, dass er im Gegensatz zur Vorgängerregierung auch wirklich eine Offenheit mitbringt, internationale Unterstützung auch anzunehmen. Und das ist natürlich auch eine Voraussetzung dafür, dass solche Kooperationen ausgebaut werden können und letztendlich auch erfolgreich sein können. Ja, Santiago, wie sehen Sie das? Sie haben ja mehr als Menschenrechtsanwalt mehr als eine Schnittstelle. Ich glaube, mit der Arbeit mit Deutschland vielleicht können Sie das global sagen, nehmen Sie das auch so wahr, dass sich die Haltung Ihrer deutschen Partner verändert hat, dass es eine andere Ausrichtung gibt seit Ayotzinapa, vielleicht auch seit den Wahlen? Der Fall Ayotzinapa war ein Meilenstein in der mexikanischen Öffentlichkeit. Es war nichts Neues. Also es gab viele Menschen, die verschwunden sind in den letzten Dekaden, die waren genauso schmerzlich. Aufmerksamkeit hat sich, glaube ich, seit diesem Fall sehr verändert. Ich glaube, das ist der Punkt, was sich international gesehen verändert hat. Allá voy. Allá voy. Genau, genau, das war mein Punkt. Der Druck aus dem Ausland ist anders geworden. Jetzt ist die Verständigung zwischen der deutschen Regierung und der mexikanischen bezüglich der Menschenrechtsverletzungen anders. Es ist nur, dass der Fall Ayotzinapa so groß war, was die Anzahl der Opfer anbelangte, sondern auch, dass die Koordinationsarbeit mit deutschen Journalisten, mit unseren deutschen Kollegen half, um aufzudecken, dass Waffen beteiligt waren, die von der Polizei waren. Man wusste, von welcher Firma diese Waffen entstanden. Da gab es einen Kontakt und eine gute Kommunikation zwischen Mexiko und der Waffenproduktion. Ein Thema, das wir sehr oft vergessen. Deswegen war der Fall Ayotzinapa eine große Herausforderung und dadurch hat sich die ausländische Politik Deutschlands verändert in Bezug auf die Situation der Menschenrechte in Mexiko. Frau Dr. Merkel hat Mexiko besucht nach diesem Fall. Sie hat gesprochen über die Verbrechen an Journalisten und Menschenrechtsverteidigern. Sie als deutsche Staatsbürger und Bürgerinnen denken vielleicht, dass das wenig ist, aber für uns Mexikaner ist das sehr viel, weil kein Präsident unter Peña Nieto oder keine Präsidentin ist in Mexiko eingereist und hat solche Sorgen ausgedrückt, was diese Menschenrechtskrise anbelangt. Das ist sehr relevant, es ist sehr wichtig, das zu besprechen. Solche Gäste sind sehr wichtig. Deutschland ist heutzutage ein wichtiges Land in der Verteidigung der Menschenrechte innerhalb der EU. Leider sind nicht alle EU-Länder so offen in diesem Sinne, die sind nicht so offen, was diese Frage anbelangt in Mexiko. Die zweite Frage, die Kooperation auf internationaler Ebene. Die deutsche Hilfe hat sich immer mehr vertieft auf Projekte, die den mexikanischen Rechtsstaat verstärken können. Dadurch kann man besser Leichen identifizieren, Opfer, die noch nicht identifiziert wurden. In Mexiko erwartet man, dass das möglich wird und das könnte eine sehr große Hilfe durch Deutschland sein. Es ist äußerst wichtig, dass die Kooperation aus Deutschland richtig versteht, dass in Mexiko nicht ausreicht, den Staat zu unterstützen. Man muss auch die Arbeit der OV-Organisationen unterstützen, Menschen wie Isela, Menschen, die ihr Leben riskieren für die Menschenrechte. Und diese Hilfe kann nicht nur aus dem Staat kommen. Zusammenzuarbeiten, sondern auch sowas wie zivilgesellschaftliche Strukturen zu stärken und zu verändern, wenn ich das richtig verstanden habe. Lucia, an Sie die Frage, wie nehmen Sie das wahr? Gibt es in den letzten, ich sage mal, vier Jahren, seit diesen Wendepunkten, die wir besprochen haben, eine andere Wahrnehmung, auch international oder auch von deutscher Seite, was die Bedrohungslage von Journalisten angeht in Mexiko? Ich weiß nicht, ob ich die Frage richtig verstanden habe. Ich glaube, dass große Sorgen bestehen auf internationaler Ebene, was mexikanische Journalisten und Journalistinnen anbelangt. Nichtsdestotrotz glaube ich, dass wir weitergehen müssen. Es geht nicht nur darum, dass wir uns Sorgen machen, wir müssen uns auch bemühen, dass die Pressefreiheit in Mexiko gewährleistet wird, und zwar unter guten Bedingungen. Vor einigen Minuten haben wir gesprochen, wie Mexiko eine sehr große Anzahl von Mord an Journalisten und Journalistinnen hat. Theoretisch befindet sich Mexiko in Frieden. Theoretisch ist Mexiko eine Demokratie, aber es ist eine Demokratie, die sich noch entwickeln muss. Wir müssen uns bemühen darum, dass ein unabhängiger Journalismus besteht und gewährleistet wird. Dadurch müssten wir die Präsenz solcher internationalen Kooperation unterstützen. Wir müssen diesen Blick unterstützen, zum Beispiel was die Hilfe aus Deutschland anbelangt. Was die Opfer anbelangt, müssten wir auch meiner Meinung nach die Situation der Journalisten und Journalistinnen verstärken, damit sie ihre Arbeit durchführen können und die Arbeit der Organisationen stattfinden kann, unter guten Bedingungen für Journalisten. Angeht und seine Haltung zum Journalisten und Journalistinnen und Journalisten wäre meine Frage, glauben Sie, dass er trotzdem zu einem anderen Klima führen kann, wo es leichter ist, internationale Unterstützung zu bekommen, wo es leichter ist, dass Leute genauer hinsehen in die Regionen zu den Menschenrechtlern und Journalisten, die dort in schwierigen Situationen arbeiten müssen. Also zur Rolle des neuen Präsidenten, glauben Sie, dass trotz Ihrer Kritik er da zu einem neuen Klima führen kann, international? Ich habe davor gesagt, dass eine Positionierung des Präsidenten existiert. Er hat sexistische Vorfälle gehabt, zum Beispiel eine Journalist, hatte eine Journalist ihn gefragt, nach etwas, und er sagte, meine Liebe, ich werde dir keine Antwort geben, er hat ihr keine Antwort gegeben, und er hat ihr ein Küsschen gegeben. Das sind Sachen, die man nicht erlauben sollte. Er hat die Journalisten und Journalistinnen nicht respektiert, und das sieht man auch in den sozialen Medien. Apropos der Frage, einmal auf einer dieser Pressekonferenzen hat eine Journalistin gefragt, wann der Präsident sich entschuldigt würde gegenüber der Opfer, und er meinte, er hatte sich schon entschuldigt, er brauchte sich nicht mehr zu entschuldigen gegenüber der Opfer, und das war eine Art Verschleunung, Kampagne, er hat sich lustig gemacht über Journalistinnen und Journalisten, ich glaube, das trägt nicht zu einem guten journalistischen Klima bei, außerdem es scheint mir wichtig zu erwähnen, dass wir nach und nach seine Reden auseinander nehmen, ich meine, dass er auf diesen Pressekonferenzen genießt der große Aufmerksamkeit, er hat mehrere Stunden und über seine Tagesordnung und über seine Agenda zu sprechen, er sagt, was gut ist, was nicht so wichtig ist, ich glaube, was er am 8. März, am Internationalen Tag der Frau, gesagt hat, er hat gesagt, dass sein prioritäres Thema war die Korruption und erst danach kamen die Frauenrechte und andere Themen, ich glaube, das trägt nicht dazu bei, zu einem guten Klima. Sie haben es gesagt, offiziell gibt es keinen Krieg in Mexiko und obwohl das so ist, gibt es bürgerkriegsähnliche Zustände schon seit Jahren oder Jahrzehnten und es gäbe genug Gründe, ein solches Land mit einem Waffenexport Embargo zu belegen. Ich möchte hinaus auf den Fall von Heckler & Koch, den Sie, Santiago, glaube ich, sehr gut kennen, wo eine aus einer deutschen Rüstungsschmiede, ich glaube, 5000 Gewehre erst mal an die Polizei in Mexiko geliefert wurden, dann bei Kriminellen gelandet sind. Das ist in Deutschland, hat es da einen Prozess gegeben und es ist zumindest von einem Gericht verboten und bestraft worden, so zu handeln. Sie haben das mitbekommen, ist das eine neue Entwicklung, sagen wir mal, im Umgang mit dieser Situation, Krieg oder Nicht-Krieg in Mexiko? In der Tat ist die Lage in Mexiko unterschiedlich zu beschreiben. Lucia hat angesprochen, dass unsere Anzahl von Opfern gleicht einem Zustand eines Krieges an, aber offiziell besteht es kein Krieg. je nachdem in welcher mexikanischen Region wir uns befinden, sehen wir eine unterschiedliche Situation. Manchmal macht der Staat mit mit dem Drogenhandel, mit den organisierten Verbrechen in anderen Regionen, in anderen nicht. Was die Waffen Importation anbelangt, eine Firma in Deutschland, H&K, hat eine Lieferung von Waffen ermöglicht. Es war gedacht, dass die Polizei diese Waffen bekommt, aber man hat gewährleistet, dass diese Polizei diese Waffen bekommt, aber diese Waffen wurden verwendet in einem Fall von Menschenrechtsverletzungen, zum Beispiel im Fall Ayotzinapa. Das heißt, dass der mexikanische Staat das nicht ordentlich kontrolliert. Solche Waffen werden verwendet und Menschenrechte zu verletzen. Dieser Fall mit der deutschen Firma hat gezeigt, dass zumindest in Deutschland es zu einem Gerichtsverfahren gekommen ist. Deutsche Aktivisten haben dazu beigetragen, dass man immer wieder darüber gesprochen hat, dass man neue Recherchen angestellt hat. Wir können den Kontrast sehen. In Deutschland gab es ein Verfahren und die Verantwortlichen wurden verurteilt. Aber trotz dieser Tatsache hat man nachweisen können, dass dieses Korruption Netz von Generälen in Mexiko unterstützt wurde. Diese Generäle haben Profit gemacht mit diesen Waffen in der Stadt Guerrero. Diese mexikanischen Generäle wurden nicht mal ermittelt. Ich sage nicht verurteilt, es wurde nicht mal gegen sie ermittelt. Und das ist sehr wichtig in Bezug auf die Kooperation zwischen Deutschland und Mexiko. Das Gleiche mit den USA. Unsere mexikanischen politischen Korruptionsmächte kamen in Kontakt und die werden manchmal bestraft in Deutschland oder in Spanien oder im Ausland, aber nicht in dem Land. Die Frage wäre, wie könnte man das machen wie in Deutschland, dass man auch in Mexiko ermitteln kann gegen diese korrupten Generäle. Wir bräuchten ein Abkommen mit dem Rechtsstaat. Deutschland sollte Druck machen, damit das mexikanische Militär zur Verantwortung gebeten wird. Frage kommen, wir beschäftigen uns heute mit dem deutsch-mexikanischen Dialog, Kooperation deutsch-mexikanisch. Ist das, was wäre da Ihre Forderung, wenn Sie eine stellen könnten, an Deutschland im Umgang mit Waffenexporten, aber auch sowas wie Polizeischulungen, es gibt ja internationale Polizeizusammenarbeiten, ja, und diese Sache, also fällige Abstinenz, immer wenn es sozusagen um Waffen und Gewalt geht, oder welche Haltung wünschen Sie sich? Und welche Haltung wünschen Sie, dass der neue Präsident vertritt? Es gibt sicherlich vieles, was den Waffenmarkt anbelangt. Vieles möchte man analysieren und verändern. Ich bin kein Experte über dieses Thema, aber meine Kollegen sind es. Es gibt viele Pazifisten, die sich in diesem Bereich engagiert haben. Ich möchte diese Frage nutzen und etwas zu betonen. Und zwar, wenn man spricht von Menschenrechtsverletzungen in Mexiko durch das Militär oder die Polizei, dann kommt zu einer internationalen Reaktion, wo man sagt, dass nicht ausreichend ausgebildet sind unsere Polizei, unsere Streitkräfte. Für uns Menschenrechtsverteidiger und Verteidigerinnen möchten wir sagen, dass das schon vorbei ist. Wir haben das schon hinter uns. Der Grund dieser Menschenrechtsverletzungen durch Polizei und Armee, der Grund ist nicht, dass sie nicht richtig ausgebildet sind. Es ist, weil sie wissen, dass sie straffrei bleiben werden. Das ist der Grund. Wir brauchen Druck aus dem Ausland, um zu fordern, dass es Urteile gibt gegen die Täter, dass es Staatsanwälte gibt, die diese Fälle vorantreiben. Das haben wir in Mexiko nicht aufbauen können. Und da bräuchten wir viel mehr Hilfe aus dem Ausland. Danke für diesen Hinweis auf die Straflosigkeit von Autoritäten, von mächtigen, bewaffneten Menschen. Es müssen nicht nur Polizisten sein, Paramilitärs, die oftmals nicht bestraft werden, nicht mal angeklagt werden für ihre Taten. Wie kann denn da diese Unterstützung aussehen, die Sie vorschlagen von internationalen Partnern, um so etwas wie eine Rechtsstaatlichkeit in dem Punkt aufzubauen oder zu verbessern? Da gibt es sicherlich verschiedene Initiativen der Zivilbevölkerung in Mexiko, um die Gerechtigkeit zu verbessern, um vielleicht die Untersuchung dieser Fälle auch zu verbessern, bei denen es um den Angriff der Menschenrechte geht. Wir möchten derzeit, dass die internationale Gemeinschaft eine Empfehlung ausspricht gegen die Strafreiheit, die die verschiedenen Institutionen betrifft. Es gibt einen weiteren Anstoß, dass die internationalen Organisationen vielleicht auch mehr Überwachung in Mexiko stattfinden lassen könnten, vielleicht beim Hohen Kommissar für Menschenrechte und man ist der Meinung, dass vielleicht die Schaffung eines neuen Mechanismus gegen die Straffreiheit unterstützt werden könnte, mit Mitteln der Übergangsjustiz, die in anderen Ländern angewendet werden konnten. Heute ist es in Mexiko nicht so, dass diese Möglichkeit wirklich entsprechend untersucht wird, also nicht vorher und auch nicht in dieser Regierung und deswegen müssen wir vielleicht in den folgenden Jahren dieselbe Situation betrachten, die es zuvor gab und was uns helfen würde, dass im diplomatischen Dialog mächtige Staaten, wie es eben auch Deutschland ist, einige bestimmte Themen unterstreicht, die tatsächlich die Ungerechtigkeit weiter fördert und wenn diese Länder und die internationale Gemeinschaft sich wirklich mit einbringen, um einige bestimmte anhängige Fälle auf den Plan zu bringen, dann wird es auch in Mexiko vielleicht einige Fälle der Gerechtigkeit geben. Frage, wenn ich es richtig verstehe, die Dinge nicht im Sand verlaufen lassen, wäre eine Aufgabe der internationalen Gemeinschaft. Ich springe jetzt nochmal zu Ihnen, Maja Liebing, wie beobachten Sie das? Sowas könnte ja auch die deutsche Botschaft tun, zum Beispiel. Wie beobachten Sie das als Amnesty Vertreterin? Wie verhalten die sich, wenn sie von Menschenrechtsverletzungen erfahren oder von solchen Verbrechen, die dann gar nicht verfolgt werden? Das ist jetzt eine schwierige Frage, auf die es sicherlich jetzt auch keine einfache Antwort gibt. Also ich glaube, es greift vielleicht auch ein bisschen zu kurz, das jetzt nur auf die Botschaft zu fokussieren. Letztendlich denke ich, muss man gucken, was macht die Bundesregierung und da gibt es natürlich unterschiedliche Möglichkeiten, solche schweren Menschenrechtsverletzungen und konkrete Fälle immer wieder anzusprechen. Da erwarten wir eben schon von der Bundesregierung, dass sie da letztendlich alle Möglichkeiten, die ihr zur Verfügung stehen, auch nutzen. Das können zum Beispiel hochrangige bilaterale Besuche sein, das hat Santiago vorhin schon angesprochen, dass das eben dann zum Teil auch wirklich erfolgt, dass die Bundeskanzlerin oder der Außenminister auch schon konkrete Fälle angesprochen haben. Sigmar Gabriel war damals als Außenminister in Mexiko, kurz nachdem es mehrere Journalistenmorde gegeben hat und hat das auch angesprochen. Was wir von der Botschaft ja wirklich auch erwarten, ist, dass sie nicht nur dann tätig werden, wenn es schon schwere Fälle von schweren Menschenrechtsverletzungen gegeben hat, also wenn das Kind sozusagen schon im Brunnen gefallen ist, sondern dass sie wirklich auch kontinuierlich dran sind und gerade auch kontinuierlich den Kontakt zu Menschenrechtsverteidigerinnen und Menschenrechtsverteidigern suchen, den Kontakt zu der Zivilgesellschaft pflegen und auch gute Ansprechpartner sind und auch in Fällen, wo Gefahr droht, schon präventiv tätig werden. Also ich denke, das ist wirklich die Aufgabe der Botschaft, die ja dauerhaft vor Ort ist, die die Menschenrechtslage monitoren soll und es gibt ja auch Standards, es gibt die EU-Richtlinien zur Unterstützung von Menschenrechtsverteidigerinnen, die auch wirklich vorsehen, dass es Aufgabe der Botschaft ist, auch Kontakt zu halten zu gefährdeten Menschenrechtsverteidigern und wirklich sozusagen den ganzen Werkzeugkasten die Möglichkeiten zu nutzen, um diese in ihrer Arbeit zu unterstützen und auch zu ihrem Schutz beizutragen. Haben Sie denn einen Blick darin, wie die Polizeiarbeit, also wie die Ausbildung von Polizisten, sowas gibt es ja, dass deutsche Polizisten in anderen Ländern Polizisten schulen, ja, wie da die Zusammenarbeit ist in Mexiko, ob das zu kritisieren ist, ob sich das verändert hat? Also es ist einige Jahre lang mal diskutiert worden, also es war, die Bundesregierung hatte das vor, in dem Bereich die Zusammenarbeit zu intensivieren, es sollte ein sogenanntes Sicherheitsabkommen geschlossen werden, was Deutschland mit relativ vielen Staaten weltweit abgeschlossen hat, unter anderem eben für die Ausbildung, das kann aber auch noch ganz, kann auch wirklich noch ganz andere Arten der Kooperation umfassen. Mit vielen Ländern ist das auch so ein bisschen still und heimlich einfach abgeschlossen worden. Bei Mexiko hat es da wirklich sehr viel Kritik von Seiten der Zivilgesellschaft gegeben, also das war nicht möglich sozusagen im stillen Kämmerlein so ein Kooperationsabkommen zu schließen, weil die Zivilgesellschaft einfach aufmerksam drauf geworden ist und dann eben auch die Alarmglocken schrillten, weil man eben gesagt hat, wenn man mit so einer Polizei wie der Mexikanischen inkooperieren will, kann das eben auch ganz schnell ungeahnte Konsequenzen haben. Also zum Beispiel sollte es bei diesem Sicherheitsabkommen auch um die Bekämpfung der organisierten Kriminalität gehen, was da ist ja erstmal nichts gegen zu sagen, aber dann gab es eben das Vorhaben, dann zum Beispiel auch personenbezogene Daten zu übermitteln zu bestimmten Personen, die dann möglicherweise verhaftet worden wären von der mexikanischen Polizei und zum Beispiel gefoltert worden wären und da haben wir als Zivilgesellschaft hier in Deutschland eben gesagt, diesen schwierigen Fragen muss Deutschland sich auch stellen, wie sie verhindern wollen, dass sie durch so eine vertiefte Kooperation mit der mexikanischen Polizei letztendlich zu Mittätern von Menschenrechtsverletzungen werden. Letztendlich ist dieses Sicherheitsabkommen soweit wir wissen auf Eis gelegt worden, wir haben zumindest seit einigen Jahren nichts mehr davon gehört. Ich bleibe mal bei der Sicherheit, es ist klar, dass das Land ein neues Sicherheitskonzept braucht, das fängt bei dem Drogenkrieg an, es geht aber auch um strukturelle Gewalt in der Gesellschaft, um Kriminalität, vieles andere mehr. Ich würde die Menschenrechtler und Menschenrechtlerinnen hier auf dem Podium deswegen mal fragen, welche Sicherheitskonzeption wäre wünschenswert zunächst an Sie, Isela, was erwarten Sie da, was wünschen Sie sich da, was können Sie sich da am ehesten vorstellen, was der neue Präsident vorschlagen und durchführen kann? Ein neues Sicherheitskonzept. Also, da bin ich wahrscheinlich nicht wirklich eine Expertin in diesem Gebiet, aber die Sicherheit in unserem Land müsste natürlich dort angegangen werden, dass man erst einmal dort beginnt, mit der organisierten Kriminalität aufzuräumen und das betrifft die Polizeikräfte, das betrifft auch die Streitkräfte und ich denke, das wird sicherlich nicht aufhören, dass die jungen Menschen sich auch den Drogenkartellen anschließen, denn das gehört tatsächlich zum sozialen Gefüge und dieses Gefüge, die gesamte Korruption, die Drogenkartelle und die Polizei miteinander verwoben hält und das Machtgefüge der Drogenwelt ist natürlich auch für junge Leute recht attraktiv und es muss sich dabei auch um einen Kampf handeln, der tatsächlich auch das Finanzzentrum der Drogenkartelle angreift und sie werden natürlich weiterhin das Geld haben, um ihre Arbeit weiterhin auszuführen und ich selbst bin in einer Gemeinde aktiv, ich habe es vorhin schon angesprochen, seit 22 Jahren bin ich dort aktiv und ich habe gesehen, welche Mengen Mohn dort angebaut werden, dabei handelt es sich wie gesagt nicht nur um Anbaugebiete für Marihuana, sondern auch um Mohnanbaugebiete, denn es ist nachgewiesen, dass die Umwandlung dieser Anbaugebiete Monokulturen für Mohnen, da gibt es Studien, die besagen, dass in den Vereinigten Staaten von Amerika die Anzahl der Drogenabhängigen, der Heroinabhängigen tatsächlich zugenommen hat und dementsprechend war der Anbau von Mohnen dann tatsächlich lukrativer und es konnte auch nachgewiesen werden, dass für die Pharmaindustrie, ganz besonders für Betäubungsmittel natürlich auch diese Derivate nutzbar gemacht werden konnten. Es ist also eine sozusagen eine integrale Politik, dass dies weiterverfolgt wird. Und ein weiterer Punkt hat damit zu tun, dass zu überprüfen wäre, bis zu welchem Punkt diese Verwebungen der Drogenmaschinerie mit der Politik vonstatten gehen. Ich denke, das betrifft tatsächlich nicht nur die Führungsebene. Ich denke, man sollte da noch einmal genauer hinter die Kulissen schauen. Das betrifft sicherlich immer noch die höchsten politischen Klassen, die zum Teil noch in der Regierung sind und natürlich auch bei den Streitkräften ist dort noch einmal besonders nachzuschauen. Da gibt es wirklich sehr starke Verwebungen einerseits des Kampfes gegen die Drogenmafia, aber auf der anderen Seite gibt es da eben auch diese Verwebungen. Deswegen ist es auch so schwierig letztlich dagegen vorzugehen, weil alles miteinander in Verbindung steht. Das ist die Ursache einer ganzen Reihe von Problemen. Eine der Hoffnungen ist, die auch an den neuen Präsidenten gehen. Bei den harten Drogen habe ich das Gefühl, dass es dazu nicht kommen wird mit diesem Präsidenten. Ich würde aber trotzdem diese Frage nach dem Sicherheitskonzept, das ist so ein einfaches Wort für so eine schwierige Frage weitergeben. An Sie, Lucia, wie sind da Ihre Hoffnungen? Was kann der Präsident da aufbauen? Ich denke, es ist ganz wichtig, mit der Straffreiheit aufzuräumen. Wenn also solche Fälle nicht einmal untersucht werden und ihnen nicht nachgegangen wird, dann ist das tatsächlich eine offene Tür, damit solche Dinge immer und immer wieder geschehen, dass Menschenrechte immer und immer wieder verletzt werden. Denn diese Fälle werden einfach überhaupt nicht untersucht und das betrifft alle Ebenen. Ich beziehe mich dabei nicht nur auf die tatsächlichen Täter, sondern auch eben die Hintermänner, die Drahtzieher diesen Fällen dahinterstehen. Es gibt Fälle, in denen gegen Journalisten vorgegangen wurde, die untersucht wurden. Miroslava Britsch ist einer solcher Fälle, eine Journalistin, die getötet wurde und wir wissen immer noch nicht, wer der Verursacher war, wer diese Frau getötet hat. Javier Baldess ist ein weiterer solcher Fall, bei dem wir auch nach wie vor unwissend sind. Es gibt unzählige Journalisten, die getötet wurden und von denen wir bisher noch keine Nachrichten haben. Denn die mexikanische Regierung hat sich der Aufgabe nicht einmal angenommen. Diese Fälle zu untersuchen hat man innerhalb der Regierung von Peña Nieto die Fälle der mexikanischen Presse untersucht. Die Staatsanwaltschaft sagte immer, dass es alles auf die Drogenkartelle zurückzuführen würde und das ist natürlich eine einfache Antwort, die immer gern herangezogen wird. Und heute hat die Regierung eben diese Herausforderung mit dieser Simulation zu brechen und die Staatsanwaltschaft tatsächlich mit der Nase auf diese Fälle zu richten, die tatsächlich untersucht werden müssen, indem man bei dem Tod einer Journalistin nicht einfach davon ausgeht, dass es ein Liebesdelikt war, ein Passionsdelikt, dass man tatsächlich diese Fälle entsprechend untersucht. Das passiert tatsächlich recht häufig. Regina Martinez ist auch eine der Korrespondenten, die in Veracruz aktiv war, die ermordet wurde und von der wir auch heute noch nicht wissen, wie die Umstände dieses Mordes waren. Es ist wichtig, dass all jene, die eine solche Täterschaft ausüben, wissen, dass die Fälle auch strafrechtlich verfolgt werden und das ist grundlegend. Und auf der anderen Seite möchte ich sagen, dass das Sicherheitskonzept auch die Würde der Menschen betrachten werden sollte. Das ist kein Luxus Anhängsel und das hat nichts damit zu tun, ob wir gut oder schlecht sind. Das hat tatsächlich mit dem Zentrum der Entwicklung eines Landes zu tun. Und das ist auch Teil unseres Sicherheitskonzeptes, was wir auf jeden Fall aufgreifen sollten. Vorschläge, die gemacht wurden, die auf dem Tisch liegen, um ein Sicherheitskonzept in Anführungsstrichen aufzubauen, ist eine neue Nationalgarde. Wenn ich Sie richtig verstanden habe, glaube ich, dass Sie alle glauben, dass das eher ein neues Problem schafft, anstatt welche zu lösen. Aber wie sehen Sie strukturellen Reformen wären denn nötig in diesem Land, um ein neues Sicherheitskonzept zum Arbeiten, zum Funktionieren zu bringen? Und was hat der Präsident da erreicht nach 120 Tagen und was kann er erreichen? Die vorherige Regierung unter Benja Nieto hat ein sehr polemisches Gesetz verabschiedet. Das war das interne Sicherheitsgesetz und damit hat er die harten Sicherheitsideen wieder aufgegriffen, die in Lateinamerika in den 70er-Jahren recht präsent waren und in unseren Ländern sehr viel Schäden angerichtet haben. Die gesamte Zivilbevölkerung hat sich sehr stark dafür eingesetzt, dass dieses Gesetz wieder abgeschafft wurde und wir haben es tatsächlich erreicht. Der oberste Gerichtshof hat sich gegen diese Verabschiedung entschieden und das hat dazu geführt, dass wir geschaut haben, wie dieses Sicherheitskonzept anders angegangen werden kann, in dem die Menschen im Mittelpunkt stehen und nicht die Institutionen des Staates. Einige Wochen danach hat die neue Regierung eine neue Sicherheitspolitik angekündigt, die verschiedene Komponenten beinhaltet. Einige dieser Komponenten waren recht positiv, also zum Beispiel die Überprüfung der Straffälligkeit beim Cannabiskonsum, auch ein Jugendprogramm aufgesetzt für Beschäftigungsmöglichkeiten, ein weiteres Programm für politische Gefangene, aber das Hauptelement dieses Sicherheitskonzeptes war die Einrichtung einer Nationalgarde, die tatsächlich nichts anderes ist, als eine militarisierte Polizei, die den mexikanischen Streitkräften quasi alle Ressourcen zugesteht, die vorher die Bundespolizei hatte. Und damit entzieht man ihnen quasi alle Kompetenzen, auch wenn diese natürlich nicht perfekt ist, dann könnte es trotzdem vielleicht eine zivile Institution sein. Indem diese Streitkräfte jetzt hier in diesen zivilen Raum mit einziehen, sagte der Präsident, dass diese Nationalgarde sich um die innere Sicherheit kümmern würde. Das ist ein recht schwieriger Ansatz und er hat dann tatsächlich den Einsatz des Heeres der Streitkräfte verstärkt. Was die Regierung machen sollte, wäre ein Rückzug dieser Streitkräfte aus den Kasernen. Das kann man natürlich nicht von einem Tag auf den anderen tun. Das muss schrittweise erfolgen. Aber es wäre wichtig, dass die zivilen Polizeikräfte nicht nur auf lokaler Ebene, sondern auch auf Gemeinde und Bundesebene eingesetzt wird. Wir werden jetzt nach wie vor eine militarisierte Nationalgarde haben. Da gibt es noch sehr viele Diskussionen zu führen. Es müsste eine Kontrolle, eine externe Kontrolle geben, die nicht militarisiert wäre. Da sind noch recht viele Fragen offen, die die neue Regierung noch nicht beantwortet hat. Diese Nationalgarde würde wahrscheinlich nach wie vor die Menschenrechte verletzen. Was macht die Regierung dann in solchen Fällen? Würde sie vorgehen wie die vorherigen Regierung und sagen, dass das alles nur Auftragsmörder der Drogenmafia war? Wird er so vorgehen wie die ehemalige Regierung, wie auch die Organisation, die diese Fälle verleumten, dass wir die sinnvollen Dummen der organisierten Kriminalität sind? Wie wird er mit diesen Streitkräften vorgehen und wird er dann die Verantwortlichen tatsächlich zur Verantwortung ziehen? Das ist etwas, was wir derzeit noch nicht wissen. Es ruft nicht viel Optimismus hervor, dass diese Nationalgilde eingerichtet wird, aber trotz allem könnte man noch Grundlagen schaffen, dass vielleicht verschiedene Prozesse angesetzt wurden im Vergleich zur Vergangenheit und wir sind dafür da, das zu gewährleisten. Wir haben das gesprochen, über die vielen Geschenke, die AMLO versprochen hat, Bildung für alle, Universität für alle, wie gesagt, ohne die Steuern zu erhöhen, 75 Euro im Monat für Kindergarten, Kinder, vieles mehr. Wir könnten noch lange weiterreden, wollen das auch tun, aber mit Ihnen, wir sind jetzt an einem Punkt, wo ich die Diskussion gerne öffnen würde, für Fragen aus dem Publikum. Ich habe den Eindruck, da hinten sind schon, ich habe auch schon andere hier, sich bewegen sehen. Bitte schön, fangen Sie an. Vielen Dank. Ich hätte eine Frage. Die Veränderungen, die man erzielen möchte, scheinen mir als wäre das Motto, dass das Geschäft nicht gestört wird, ist alles okay. Ich glaube, wir bräuchten eine Kontrolle, vor allem der Umweltprotektion, also Umweltschutz, wie könnte man auch in Einverständnis mit den indigenen Völkern arbeiten, zum Beispiel im Bereich des Bergbaus, da gibt es viele deutsche Interessen, aber es gibt auch andere Projekte, die unterschiedliche Regulatorien verlangen. Es ist nicht klar, ob die Comuneros aus den indigenen Völkern haben die Möglichkeit Nein zu sagen zu solchen Wirtschaftsprojekten. Was ist Ihrer Meinung nach die Situation? Wird es einen Wandel geben in diesem Sinne? Werden die Behörden neue Projekte bewilligen? Wie wird die Arbeit mit den indigenen Völkern aussehen? Wie sieht es aus der lokalen Rechtssituation? Wie können diese Fachleute befragt werden, bevor man solche dummen Entscheidungen trifft? Absolut, ich bin absolut einverstanden. Ich stimme Ihnen zu, dass es viele Komponenten gibt. Ich habe im Makrobereich gesprochen, im Allgemeinen von der Forderung, die angesprochen wurde, weil wir dadurch Ergebnisse vor Gericht erzielt haben. Natürlich befindet sich das Justizsystem in Mexiko in einer prekären Situation. Es gab Fälle, wo die Lizenzen zur Nutzung der Wälder suspendiert wurden, weil diese Fragen nicht gestellt wurden an die Fachleute. Aber wir brauchen neue Gesetze, wir brauchen neue Studien über Umweltschutz und Umweltschäden. Aber wir müssten gleichzeitig auch Fragen stellen innerhalb der Umweltorganisationen, wo auch viel Korruption besteht. Zum Beispiel in Chihuahua war die Person, die zuständig war für solche Entscheidungen. Das war ein Beamter, der für den Staat gearbeitet hat. Da gibt es Fälle von Korruption. Wir sollten beobachten, wie diese Arbeit innerhalb der Umweltorganisationen, innerhalb der Umweltbehörden von Staaten geht. Wir als eine Organisation sollten uns wehren gegen solche Entwicklungen. Auch andere Organisationen in Chihuahua haben gute Ergebnisse erzielt mit solchen Fragen an Fachleute, zum Beispiel im Falle des Flughafenbaus. Mit einer Organisation haben wir im Bereich der Menschenrechtsverteidigung der indigenen Völker in Chihuahua. Wir sind bis vor höchsten Obergericht gegangen aufgrund eines Konflikts. Es war viel zu spät, weil die Bauarbeiten schon angefangen wurden, aber wir haben eine Kommission gebildet, um nach einer Entschädigung, nach einer materiellen Entschädigung zu fragen. Es ist sehr schwer, es ist sehr schwer, dass die indigenen Völker solche Ausmaße selbst auswerten können. Und manchmal haben wir gute Ergebnisse erreicht. Santiago von Centro Pro DH könnte mir helfen, in diesem Sinne, aber ich glaube, dass die Gesetze im Bereich des Bergbaus könnten verbessert werden. Heutzutage hat man die Nachricht, dass ein indigenes Volk ein Fall vor Gericht gewonnen hat in Puebla. Was ist Ihre Meinung? Welche Gesetze sollte man auch verändern? Vielen Dank. Diana Luna von der Friedrich-Naumann-Stiftung. Eine Frage an Issele González. Sie haben gesprochen darüber, was die Rolle der indigenen Völker sein sollte. Was ist Ihre Meinung? Wie könnte man die indigenen Völker besser integrieren, damit sie mehr sich beteiligen? Man hat viele Programme versprochen. Welche Veränderungen sind zu reichen in ihrer Region? Und eine Frage an Santiago Aguirre. Was ist Ihre Meinung über das sogenannte einzige Mandat? Das ist ein Begriff der Polizei. Wie könnte man das besser koordinieren in der aktuellen Situation? Ich glaube, dass nach 120 Tagen Regierung ist es viel zu früh, um solche Aspekte zu evaluieren. Einige Sachen waren positiv, andere negativ. Was war positiv? Der Beauftragte von den indigenen Völkern, das war früher eine Kommission und heute haben wir einen Beauftragten, einen Anwalt indigener Abstammung und er ist ein sehr guter Experte im Bereich der indigenen Völker. Das war eine gute Entscheidung. Früher hat man irgendwelche Beamten ernannt, Menschen, die die Realität der indigenen Völker nicht kannten. Eine andere Entwicklung, die ich positiv finde, vielleicht ist es komisch, dass ich das für positiv halte, aber ich glaube, dass wenn man die Naturressourcen direkt an die indigenen Gemeinschaften bringt, ist das ein positiver Schritt, dass man nicht durch Vermittler arbeitet. Wir als Sierra Madre, wir finden, dass es eine gute Entscheidung ist, dass die indigenen Völker direkt diese Hilfe bekommen. Sie haben ihre eigenen Organisationen. Wir möchten nicht als Vermittler agieren, wenn man uns vermeiden kann. Wir können helfen, aber am besten, wenn man in einen solchen Prozess integriert ist, in dem die eigenen indigenen Völker ihre Autonomie ausüben können. Ein Teil von dieser Autonomie ist, dass sie selbst ihre Ressourcen verwalten und dass sie selbst entscheiden, wie sie diese Ressourcen nutzen möchten. Ein anderer Aspekt, es gibt viele negative Kommentare, es gibt ausländerfeindliche Kommentare, man hat verallgemeinert, man hat gesagt, alle diese Organisationen sind negativ, die machen Profit, das alles ist nicht wahr. Wir hoffen uns veränderungen, ich hoffe, weil ich so viel gesehen habe in Mexiko, weil ich schon ein gewisses Alter erreicht habe, ich hoffe, dass diese kleinen Veränderungen sich vertiefen können, aber dass die aus den Forderungen kommen, durch die unterschiedlichen Akteuren, durch die indigenen Völker, durch die Frauen, dass wir Frauen, das auch fördern können. Ich weiß nicht, ob ich damit Ihre Frage beantwortet habe. Sie wissen, dass Mexiko ein Bundesstaat ist. Wir haben Städte, Bundesstaaten und der Staat. Auf grund dieser Organisation haben die Staaten ihre eigenen Polizeikorps. Es gibt über 3000 Polizeiorganisationen in Mexiko und da existiert ein Problem mit der Koordination. Deswegen hat man an dieses einzige Mandat gedacht. Es ist eine Figur, die in der Koordination aushelfen sollte, die Verantwortung übernehmen könnte. Diese Frage ist sehr umstritten. Ich bin nicht so erfahren wie Isela, aber ich habe mit indigenen Völkern gearbeitet und ich weiß, dass ein solches Modell schädlich wäre für das interne Wirken der indigenen Völker. Sie haben auch ihre eigenen Polizeiorganisationen. Sei es umstrittig oder nicht, hat die Regierung nicht dazu beigetragen, dass man diese Kooperation Losigkeit lösen konnte. Sie sprechen von Nationalgarde unter nationalen Koordination unter einer Segmentierung in den unterschiedlichen Bundesstaaten und die Nationalgarde wird das koordinieren. Da sieht man, dass man zu viel Macht auf den Staat konzentrieren möchte und weniger Macht an die Bundesstaaten geben möchte. Das ist vielleicht problematisch in verschiedenen Bereichen, vielleicht positiv in anderen. Durchaus auffordern. So, ich sehe ganz viele. Ich fange mal mit Ihnen an. Sie haben vorhin schon mal sich gemeldet und dann würde ich sagen, dass Sie dran sind und dann da drüben. Gibt es noch jemanden, den oder die ich nicht gesehen habe? Gut. Da hinten, alles der mexikanische Präsident als ein großer Leader. Er will alles selbst entscheiden. Meine Frage ist die folgende. Wie sehen Sie die Situation für die Nichtregierungsorganisationen an? Wie wird das Klima werden für die Zukunft? Ich glaube, dass der Präsident die Strukturen nicht verändert. Das sehe ich nicht. Strukturen der Gesellschaft, der Regierung, seine Art zu regieren. Für wen ist die Frage? Für alle. Vielleicht Lucia? Was für eine Frage. Ich glaube, es ist nicht einfach, weil er sieht uns nicht als mit, als Personen, die sich auch mit beteiligen am Diskurs. Wie Isela gesagt hat, wir alle, alle Organisationen sollten ein Wort sagen, wir sind nicht alle korrupt, wie man behauptet hat. Wir waren nicht alle gegen Veränderung, bis er sein Amt angetreten hat. Das ist nicht wahr. Wenn wir die Geschichte unseres Landes kennen, dann wissen wir, dass die aktuelle Demokratie in Mexiko möglich ist, weil wir langsam die Zwischenschritte gegangen sind, damit das möglich ist. Natürlich ist unsere Demokratie gar nicht perfekt. 75 Jahre unter derselben Partei, das ist nicht gesund. Für kein Land kann das gesund sein. Niemals. Aber die Zivilgesellschaft hat es erreicht, durch ihre Organisation oder ohne Organisationen hat es geschafft, dass wir das verändert haben. Wir müssen nicht nur von der historischen Revolution in Mexiko sprechen, wir sollten nicht nur von den mexikanischen Heldinnen sprechen, sondern auch von den mexikanischen Heldinnen. Das ist eine Herausforderung für die Organisationen. Wir müssen uns auch in den Dialog einbeziehen. Der Präsident möchte uns nicht als Dialog Partner haben, aber wir sind nicht daran interessiert, dass es mehr Probleme gibt. Wir wollen Öffnung, wir wollen, dass die Demokratie Vorschritte macht, obwohl das schwer auch ist. Könnten Sie das Mikrofon hier nach vorne bringen, bitte? Silviana Rivera ist mein Name, ich bin aus Veracruz, Mexiko, ich bin Umweltschützerin, ich arbeite für die Zeitschrift im Machen, im Bereich des Umweltschutzes und der Menschenrechts Verteidigung. Eine Frage an Lucia, was sind die Strategien, was ist der Aktionsplan, der vorauszusehen ist und gegen diese Kampagne der Verleumdung zu kämpfen, wie könnte man auch den Dialog mitgestalten in einer solchen Situation. Ich hatte nicht erwartet, dass so viel Stigmatisierung von Journalisten und Verteidigern zustande kommt. Mein Gott, das ist so ein großer Schock, liebe Silvia, wir in Mexikos Stadt, wir haben D'Andrés erlebt als Gouverneur und wir wussten, dass es nicht leicht sein würde, wenn er Präsident wurde. Aber diese Stigmatisierung, diese Kriminalisierung hatten wir nicht erwartet. Wir stehen unter Schock. Was sollen wir jetzt machen? Ich glaube, wir haben zwei Aspekte. Andrés hat eins erwähnt und es gibt einen anderen Aspekt, eine Ebene darunter, die Beamtinnen, die früher in der Zivilgesellschaft gearbeitet haben und heute könnten sie uns helfen als Vermittler für den Dialog. Vor kurzem haben wir uns getroffen in unterschiedlichen Organisationen hatten das Glück, dass wir mit der Kommissionarin für Menschenrechte das war sehr erfreulich, dass wir so einen Treff zelebrieren konnten. Wir befinden uns in einer Situation jetzt, in der wir Organisationen sehr feinfühlig agieren sollen. Wir müssen sehr tagvoll agieren in einer solchen politischen Konjunktur. Wir sollen einen Widerstand leisten für diese Verleudungskampagne, wir sollen unsere Argumente präsentieren und wir müssen zusammen einen Meinung, einen Meinungstrom bilden. Wir sollten uns nicht fraktionieren, wir sollten uns nicht trennen. Ich glaube, das ist ein wichtiger Punkt. Genau, ich viele Grüße an Santiago ganz besonders. Wir haben sehr oft über Menschenrechte gesprochen, aber wir haben nicht über eine sehr große Gruppe gesprochen, Migranten. Was wäre das Programm von den neuen Präsidenten in Bezug auf dieses Thema? Entschuldigung, ich bin gerade gelandet in Deutschland. Zum Glück haben wir Schwester Leti Gutierrez im Saal. Sie ist eine historische Figur im Schutz der Migranten. Sie kann diese Frage viel besser als ich beantworten. Als meine Kollegin vorher gesagt hat, haben wir ein unterschiedliches Gefühl. Zum Teil haben wir eine bessere Person im Ministerium für Migration. es handelt sich nicht um einen Polizisten erfreulicher Weise nicht mehr. Und das was mit diesen sogenannten Karawanen passiert ist mit Menschen aus Mittelamerika die durch Mexiko in die USA einreisen möchten die Region Peña Nieto hat sie ignoriert und jetzt versucht man einiges zu nehmen aber gleichzeitig befinden wir uns vor einem sehr umstrittigen Thema unstrittigen Thema und zwar dass ob Mexiko ein Flüchtlingsland sein soll sollen die Menschen die in die USA eintrasen möchten sollen sie Asyl in Mexiko bekommen oder Entschuldigung wenn sie Asyl in den USA beantragen und die USA diese Menschen ablehnen soll Mexiko diese Menschen Asyl anbieten sie wissen dass aus der Perspektive der Rechte der Migranten ist das eine sehr umstrittige Frage wir sind rückwärts gegangen in den Rechten der Asylbewerber wir sind zurück in das 20. Jahrhundert zurückgegangen aber Letizia könnte diese Frage viel besser beantworten vielen Dank für diese Diskussion ich hätte eine Frage über den Zug Maya das ist ein Projekt das Projekt des Maya Zuges was ist ihre Meinung wie sehen sie dieses Projekt es ist ein Projekt für Entwicklung ist es gut für den Wohlstand des Volkes aber andererseits haben wir die Rechte der indigenen Völker wie kann man beides miteinander vereinbaren was ist ihre Meinung Bevölkerung aber auf der anderen Seite haben wir natürlich diese Auferlegung von Megaprojekten für die indigene Bevölkerung und der Präsident schafft es tatsächlich nicht diese Entwicklungsentscheidung zu treffen also da geht es um verschiedene Bevölkerungsgruppen dass natürlich diese westliche Vorstellung der westlichen Güter zu verwirklichen und das steht natürlich in einem starken Widerspruch zum guten Leben der indigenen Bevölkerung und das ist nicht unbedingt ein Inbegriff der Weiterentwicklung und das ist eines dieser Projekte was er vorgeschlagen hat und da gibt es nicht nur einen großen öffentlichen Widerstand gegen dieses Megaprojekt sondern es gibt auch eine große Diskussion in den Medien in den sozialen Netzwerken da werden auch Aktivitäten von der indigenen Bevölkerung auf den Plan gerufen die natürlich von diesem Zug betroffen sind denn die Rechte der indigenen Bevölkerung werden hier eindeutig beschnitten und es ist aber auch wichtig dass es einen solchen Widerstand gibt dass man da auch legale Hilfsmittel zunutze sich macht und das erfolgte seitens der Umweltschützer denn es gibt natürlich auch große Auswirkungen für die Umwelt wenn dieses Projekt umgesetzt wird und ja sicherlich kann man sagen dass AMLO und vielleicht gibt es da auch einige Gemeinden die sich da diesem Diskurs anschließen und diese Entwicklung gern möchten aber eine Entwicklung auf die Kosten der indigenen Bevölkerung ist halt keine gute Entwicklung und wenn das mit der Lebensvorstellung und der Kosmovision der indigenen Bevölkerung aufeinander prallt ist es für uns kein gutes Projekt und es gibt viele solcher großen Projekte die Sierra Taumara ich sprach zuvor schon über den Bergbau über die Wald Abholzung und wenn wir uns die Statistiken dazu anschauen wenn man sich die Bedingungen der Marginalisierung der indigenen Bevölkerung anschaut da gibt es wirklich einen großen Abgrund die Entwicklung ja wunderbar aber für wen das Geld auch wunderbar aber für wen sind dann diese finanziellen Mittel die Projekt Entwicklung kommt ganz selten diesen indigenen Bevölkerungsgruppen zugute man hat natürlich haben wir jetzt nicht genügend Zeit das eingründig zu forschen aber Chihuahua stehen wir an erster Stelle was die Ungleichheit der verschiedenen Ethnien betrifft da stehen wir noch vor Chiapas und Guerrero da sterben tatsächlich sehr viele Kinder es gibt eine hohe Rate von Frauen die während der Schwangerschaft versterben und wenn wir doch hier eigentlich von Staaten sprechen die relativ niedrig entwickelt sind also Chiapas und Guerrero und Chihuahua hat doch einen relativ hohen Entwicklungsgrad aber diese Ungleichheit zwischen den verschiedenen ethnischen Gruppen sind so enorm dass es dann wieder eben solche Probleme gibt Tja ich werde mich kurz hinstellen um meine Frage zu formulieren ich würde noch ein wenig ergänzen was Santiago schon angeführt hat wir machen uns große Sorgen um das Thema wie die Regierung von Andres Manuel López Operador das Thema der Migrationen angehen wird und da spreche ich jetzt nicht nur die Transitbewegungen also diese Migrationsströme die durch Mexiko ziehen es gibt da ganz verschiedene Migrationsbewegungen in verschiedenen Ländern dieser Welt und Andres Manuel hat bisher die Konsulate angesprochen und die Betreuung die die Mexikaner im Ausland durch die Konsulate erfahren das ist aber noch nicht ausreichend um eine Migrationspolitik anzusprechen wenn man sich die gesamten Migrationsströme anschaut die es in Mexiko gibt wie sieht es mit der Migration in Zentralamerika in Mittelamerika aus von November bis Dezember 2018 hat der Wechsel der Regierung von Peña Nieto zur Regierung von AMLO eine wirklich 180 Grad Wendung hingelegt denn Enrique Peña Nieto hat die Migranten mit einer Mauer in Empfang genommen mit Polizeikräften und Streitkräften an der Südgrenze von Mexiko und Peña Nieto drückte sich so aus dass diese zwar unter Beachtung der Menschenrechte behandelt würden aber es geht in erster Linie um die Sicherheits Wahrung des Landes AMLO hat da eine ganz andere Haltung Er bewahrt die Migranten sozusagen nicht dort an dieser Grenzbrücke auf sondern er versucht diese Migranten tatsächlich auch aufzunehmen und die Visa auszustellen diese Menschenrechtsvisa und derzeit gibt es 22.000 dieser Visa die für Anhänger dieser Karawanen ausgestellt wurden und die das Land immer wieder durchqueren aus Sicht der Medien könnte man sein könnte man sagen dass diese Migrationsströme von den Medien nicht mehr so stark wahrgenommen wurden und es war tatsächlich vielleicht nur zu Beginn so der Fall dass die Präsenz der Migranten Ströme ein wenig Sorge bereitet hat aber als dann aus humanitären Gründen diese Visa ausgeteilt wurden schien sich alles aufzulösen und die Realität sieht so aus dass das Thema der Migranten aus humanitärer Sicht angegangen werden muss und das reicht aber natürlich nicht diesen Menschen ein Dokument auszuhändigen es geht darum um eine Integration über eine Integration zu sprechen die Migrationsströme sind auch aus einer Perspektive der Entwicklung für Mittelamerika zu betrachten und ob es einen solchen Entwicklungsplan für Mittelamerika gibt dass wir uns nicht immer wieder die gleichen Fragen stellen denn es gibt da natürlich verschiedene Pläne für die Südgrenze und es gibt Entwicklungspläne für die mittelamerikanischen Staaten und für diesen neuen Vorschlag diesen neuen Entwicklungsplan für Mittelamerika da hat man sich nicht mit der Zivilbevölkerung zusammengesetzt und diese nach ihrer Meinung gefragt was ich damit sagen möchte ist dass das Thema der Migranten durchaus ein wichtiges ist und dass dieses Thema anscheinend aus humanitärer Sicht angegangen werden soll von AMLO und wie ich aber schon sagte ist es eben nicht ausreichend eine Migrantenpolitik nur über dieses Visum zu definieren ja wir hatten tatsächlich keine Migrationspolitik sondern eine Politik der Migrationsströme und das Ziel wäre eine klare Politik auszudrücken wie die Migrationsbewegungen im Staat tatsächlich behandelt werden sollen das Thema das wir nicht besprochen haben das wir auch hätten aufgreifen können dass seit es diesen neuen Präsidenten gibt ich glaube doppelt so viele Wanderarbeiter aus Zentralamerika bleiben wollen und Visa beantragen in Mexiko so ich habe hier Sie noch gesehen dich noch gesehen vielleicht noch eine Frage die würde sich wahrscheinlich am ehesten an Lucia richten aber auch alle anderen können gern darauf antworten wenn wir über die Menschenrechte sprechen dann sind wir uns natürlich bewusst dass wir die Kampagne gefolgt haben da gab es natürlich keine Berücksichtigung der Geschlechter Frage und da gibt es natürlich die Frage nach der reproduktiven Selbstbestimmung und die Selbstbestimmung über den weiblichen Körper auch die Abtreibung spielt dort mit hinein und ich würde gern von Ihnen ein wenig mehr darüber wissen inwieweit bei in der mexikanischen Gesellschaft wo es tatsächlich eine gewisse Liberalisierung gab in den letzten zehn Jahren wie man da mit dieser Partei umgeht die eine recht zweideutige Einstellung zur Stellung der Frau hat und armlose Position scheint da recht konservativ zu sein aber wie würdest du dieses Thema beschreiben könnte man das tatsächlich als Bedrohung für den Staat Mexiko betrachten wie ist die Lage innerhalb der Partei Morena gibt es da vielleicht einige Anhänger die diese progressive Politik infrage stellen könnten wie würdest du die Situation in diesem Bereich der Zeit beschreiben also in der Stadt Mexiko haben wir da tatsächlich keine Sorgen denn wir arbeiten mit den Bürgern zusammen wir werden uns da auch nicht überrollen lassen was unsere Rechte betrifft und Claudia Schember hat sich da recht eindeutig geäußert da gibt es eine Verpflichtung in dem Sinne dass wir keinen Rückschritt erlauben bezüglich der Rechte die erkämpft wurden und das gibt mir jetzt auch die Möglichkeit vielleicht noch einmal zu sagen selbst wenn es eine fast göttliche Erscheinung von Andrés Manuel gibt dann gibt es doch verschiedene Ebenen der Regierungsführung innerhalb der Partei die Stadt Mexiko hat da glaube ich eine ganz andere Wirklichkeit wenn man sich den Vergleich anschaut Claudia sagte auch dass es dort auf jeden Fall keine Nationalgarde geben würde ich glaube da gibt es durchaus einen Unterschied zwischen der Bundesebene und auch die lokale Ebene wie jetzt vielleicht die Stadt Mexiko sein könnte die konservative Einstellung von AMLO hat tatsächlich auch die konservativen Kräfte wieder auf den Plan gerufen und da müssen wir sehr vorsichtig sein diese Kräfte nicht zu bestärken in Bereichen in denen wir nicht einverstanden sind mit dem was AMLO proklamiert die konservativen Kräfte sieht man recht deutlich in Nueva Leon wo im Kongress ein Gesetz verabschiedet wurde was ein wenig auf Eis gelegt war dagegen sollte die Abtreibung als Straftat bezeichnet werden und jetzt in diesen ersten Tagen nach dem Amtsantritt von López Obrador wurde dieses Gesetz tatsächlich in Nueva Leon verabschiedet und es gibt andere Körperschaften die dieses Gesetz auch ein wenig zurückgehalten hatten denn vor zehn Jahren wurde in der Stadt Mexiko die Abtreibung straffrei gesprochen und dann gab es tatsächlich wieder einen Rückschritt dass wir heute sehen dass dieses Thema wieder durch diese konservative Herangehensweise wieder ein Thema ist da gibt es sicherlich gewisse Herausforderungen aber in der Stadt von Mexiko sehe ich da tatsächlich keine Gefahr die Herausforderung ist sicherlich in den übrigen Bundesstaaten genau Acht zu geben denn die Partei Morena hat da nicht unbedingt eine einheitliche Haltung was die Einhaltung der Menschenrechte betrifft und ganz im Besonderen die Rechte der Frauen und das Land wird noch eine Weile länger in den Händen der Partei sein deswegen ist es sicherlich eine Herausforderung ich würde das gerne noch um zwei Punkte ergänzen das Kabinett von López Obrador ganz besonders die Sekretariat der Regierungsführung hat sich öffentlich ausgesprochen dass die Abtreibung wieder straffrei gesprochen dann haben wir den Gesundheitsminister Jorge Cosser der auch erklärt hat in verschiedenen Interviews hat er sich da immer eindeutig geäußert dass die Kriminalisierung der Abtreibung als Gesundheitsproblem zu betrachten wäre und trotzdem auch es eben um das Recht der Selbstbestimmung der Frauen geht das sind also recht positive Signale die wir da gerade bekommen wenn nichts drängendes mehr ist dass wir bald zum Schluss kommen aber stellen Sie Ihre Frage mein Name ist Peter Alberto Berendz ist mein Name ich bin politischer Berater ich glaube dass man ja als man oft sagt dass Mexiko sehr nah an den USA liegt und ob man will oder nicht ist der Schlüssel zu vielen Fragen in Washington da geht es um die Drogen da geht es um die Migration natürlich auch um die Wirtschaftsfragen und gehen sie da mit einher dass diese Außenpolitik tatsächlich recht wichtig ist und und zweitens wie ja geht man dann damit um wenn sich diese Außenpolitik tatsächlich in diese Richtung ausrichtet die Außenpolitik Mexikos war in diesen ersten 120 Tagen auch Gegenstand der Kontroversen und der Höhen und Tiefen die Position bezüglich der Krise in Venezuela wurde recht kontrovers diskutiert ganz besonders wenn man sich die Beziehung zu den USA anschaut wenn es doch während der Kampagne da ein gewisser Zusammenstoß erwartet wurde zwischen Trump und AMLO und wie es sich jetzt gestaltet gibt es da ein recht gutes Verständnis das wurde nicht transparent dargestellt das hat man tatsächlich eher mittels Geschäftsessen gelöst und nicht so sehr auf der öffentlichen Bühne aber da scheint es einige Fenster zu geben die sich da öffnen also wenn es zum Beispiel um Investitionen gibt in Mittelamerika das könnte wieder angesprochen werden aber für viele Mexikaner die in den USA leben da ist es sicherlich für uns natürlich auch eine wichtige politische Kraft und das ist natürlich besorgniserregend denn es gibt eine gewisse Verständigung mit einer Figur wie sie Trump darstellt die natürlich ganz besonders im Bereich der Menschenrechte und auch im Bereich der Menschenwürde und der Würde der Mexikaner in Mexiko einen großen Rückschritt dargestellt hat und ich befürchte dass das eins dieser vielen Themen ist in der wir derzeit noch nicht wissen in welche Richtung wir und in welche Richtung wir uns bewegen da noch zu viele Grautöne präsent sind in Mexiko muss die Politik gegenüber den USA sehr pragmatisch sein die Schlüsselthemen die auch die Gewalt in unserem Land angehen zum Beispiel die Regulierung des Drogenmarktes und vielleicht auch die Aufhebung des Verkaufsverbotes für eine bestimmte Waffengruppe da gibt es doch sehr viele Themen in Mexiko die ein Spiegelbild dessen sind was in den USA geschieht und was wir als Organisation machen sind Bündnisse zu schaffen mit nordamerikanischen Organisationen die da natürlich auch gegen die Regierung vorgehen Waller ist eine solche Koordinatorin die versucht solche Politiken voranzutreiben die mit den Menschenrechten einhergehen ich wollte nur ganz kurz noch hier das Thema der Armut aufgreifen von Beginn an haben wir jetzt zum ersten Mal eine Regierung die tatsächlich einen hohen Rückhalt in der Bevölkerung hat mit sehr hohen Zuspruch und deswegen zeichnet sich das natürlich auch in der Agenda ab die Korruption war eines der Hauptthemen im Wahlkampf von AMLO aber auch bestimmte Gestiken und Erzählweisen für die öffentlichen Diskurs die für die öffentlichen Diskurs wichtig sind wie die Gleichheit dabei geht es nicht nur um die Menschenrechte sondern wir geben hier einen Bereich der Bevölkerung eine Stimme die davon ermüdet sind immer wieder anhand ihrer Hautfarbe diskreditiert zu werden und er scheint es tatsächlich zu erreichen dass einige Sektoren politisches Mitspracherecht bekommen die seit Jahrzehnten von der öffentlichen Debatte ausgeschlossen wurden und das ist tatsächlich recht positiv zu betrachten und dementsprechend müssen wir natürlich nicht nur unsere eigene Agenda betrachten die der Menschenrechte vielleicht verlieren wir da ein wenig die Perspektive für andere Bereiche dass wir vielleicht auch noch mal kritisch überdenken wie wir in den nächsten Jahren vorgehen und wie wir kommunizieren nach sehr vielen dunklen Jahren gibt es jetzt tatsächlich einen neuen sozialen Aufschwung in Mexiko die möchten dass wir mehr über diese Hoffnung sprechen und wenn wir diese Kommunikation der letzten Jahre weiter vorantreiben aber wenn es da nur um die Vorurteilung gibt dann werden wir von der Zivilbevölkerung wenig Zuspruch bekommen da sollten wir also als Organisation vielleicht auch überdenken welche Haltung wir einnehmen welche neue Hegemonie sich hier präsentiert denn es gibt da durchaus eine polarisierte Einhaltung wir müssen uns da sehr kritisch äußern auch bezüglich unserer eigenen Handlung was wir gut gemacht haben was wir besser machen können und das möchte ich noch einmal anführen weil ich denke dass es doch wichtig ist noch einmal zu unterstreichen dass wir in Mexiko verstehen müssen dass es tatsächlich dass sich viel geändert hat und dass wir uns auch noch einmal neu überdenken müssen dass es nicht nur darum geht die anderen zu kritisieren und die Regierung zu betrachten vielen vielen Dank ich glaube hier vorne die letzte Frage bitte Lucia Benavides ich bin unabhängig vielen Dank für Ihren Beitrag eine neue Frage an Santiago Sie haben etwas sehr schönes gesagt bezüglich der neuen Art zu kommunizieren die neue Energie mit der wir kämpfen ich möchte über Straflosigkeit fragen hören Sie mich ja aus einem Grund das Thema der Straffreiheit ist für mich zu einer Obsession geworden ich habe immer wieder gehört man sollte der Straflosigkeit ein Ende setzen und um das zu schaffen müssen wir transparente Prozesse gewährleisten aber wie können wir das schaffen wie können wir in eine tiefere Ebene gehen und uns fragen wie können wir schaffen dass die Richter ordentlich entscheiden wie können wir erreichen dass wenn wir eine Anzeige starten und ermordet werden was können wir da machen was können wir für eine Agenda unterstützen aus der Zivilgesellschaft oder als einzelne Menschen wie könnten wir wirklich der Straffreiheit ein Ende setzen was könnte sie als Organisation machen für einen besseren Kampf in diesem Sinne wie können sie bessere Ressourcen haben oder eine bessere Ausbildung oder Hilfe aus dem Ausland was was könnte man konkret da ansetzen sie haben gesprochen wie eine neue Kommunikation betreiben könnte in einer besseren Stimmung okay ich habe wiederholt was ich vorher gesagt hat entschuldigen das war die Frage ich glaube das ist die Frage was wissen wir heute in unseren Organisationen Straflosigkeit ist nicht ein Problem des Justizsystems es ist eine Komponente des politischen Systems was wir in den letzten Jahren hatten es ist ein politisches Problem wir brauchen Wille wir brauchen politischen Willen damit wir das bekämpfen da könnten wir diese Krise bekämpfen wir brauchen nicht nur politischer Wille sondern es könnte auch passieren dass Verbrechen gegen die Meinungsfreiheit gegen Lucia stattfinden und wenn sie zu einem Amt geht und eine Anzeige zu erstatten da haben die Beamten so viele Fälle vorstehen so viele Fälle haben sich angehäuft Menschen die schon so viele Anzeigen erstattet haben deswegen reicht der Wille nicht wir brauchen Wille und fachliche Kompetenzen fachliche Fähigkeiten wir müssen deutlich erkennen welche Punkte versteckt werden müssen in der mexikanischen Gesellschaft wir glauben dass das Problem ist nicht in der Justiz wir haben schlechte Richter die Richter sind nicht so unabhängig aber die sind okay wir machen Fortschritte in Mexiko und auch in einigen Bundesstaaten in einigen mehr als in anderen aber das zentrale Problem ist das öffentliche Ministerium das ist die Behörde die dazu zuständig ist solche Fälle in solchen Fällen zu ermitteln und auch die Polizei da ist wo wir was aufbauen müssen wir werden nicht sechs Jahre brauchen nicht zwölf Jahre brauchen wir werden eine ganze Generation benötigen um das zu schaffen weil dieser Teil des Systems ist nicht gesund dieser Teil der Justiz befindet sich nicht in einem gesunden Zustand was wir versucht haben in unseren Organisationen ist dass wir neue junge Staatsanwälte und Anwältinnen nennen können damit wir fördern dass diese Anzeigen richtig behandelt werden dass konkrete Fälle Vorschritte erzielen dass auch die Gutachter ihre Arbeit machen können dass die Akten ordentlich durchgeführt werden das wollen wir in Ayosinapa machen das wollen wir im Fall Pegasus ausmachen im Fall von Spionage wir haben auch in Fällen von Journalisten auch das versucht vielleicht sind wir ein bisschen naiv aber wir müssen weiter Anzeigen erstatten wir müssen die Nachweise richtig gut präsentieren und sammeln und wir müssen die richtigen Menschen ernennen damit sie gegen die Probleme der Justiz kämpfen und wir müssen die Hilfe aus dem Ausland bekommen wir brauchen fachliche Kompetenz die uns unterstützt im Falle der mexikanischen Staatsanwaltschaft von Deutschland diese Organisation aus Deutschland hat uns sehr geholfen in den letzten Jahren wie wir es heute schon besprochen haben andere Organisationen in Mexiko wollen dass internationale Gerichtshöfe eingreifen das ist vielleicht ein viel zu langer Weg das würde zu lange dauern und würde zu keinen guten Ergebnissen führen andere Menschen möchten dass etwas existiert wie es ich in Guatemala es liegt sehr weit in der Zukunft aber einige Menschen möchten das ich glaube dass diese Krise der Straflosigkeit in Mexiko ist so groß dass ein einziger Weg nicht ausreichen wird wir müssen weiter die Fälle anzeigen es klingt ein bisschen naiv aber das ist die Arbeit von Menschenrechts Verteidigern und Verteidigerinnen und wir müssen Unterstützung im Bereich der internationalen Kontrolle erhalten wir haben viel zu wenig Vorschritte erzielt wir möchten mehr Ergebnisse erreichen aber wir haben den politischen Willen solche Fälle nicht mehr zu blockieren aber sagen wir mal dass morgen ein Verbrechen stattfinden gegen jemand aus meinem Team aus der Organisation Pro und wenn man mich fragt wer sollte der Staatsanwalt der das ermittelt wir haben nicht die richtigen Menschen für solche Fälle in Mexiko und da müssen wir aufbauen wir brauchen gute engagierte Staatsanwälte und dafür werden wir mehr länger als sechs Jahre brauchen was sie eben gesagt haben vor in der bei der beantwortung der frage davor war eigentlich schon als schlusswort kaum zu überbieten ich will es nochmal mit eigenen worten versuchen also die hoffnung hat wieder konjunktur in mexiko auch wenn es noch viele probleme gibt auch viel mehr als wir uns vorstellen können es gibt einen legitimen Präsidenten und eine Regierung die legitim ist und höchst wahrscheinlich legal agieren wird und das heißt es gibt zumindest so viel hoffnung wie nie zuvor in mexiko vielen dank an sie alle vielen dank an lucia vielen dank an isela vielen dank an sie an maya und vielen dank an santiago und an sie alle vielen dank fürs kommen und fürs mitmachen